und der dead by daylight heute wieder nicht alleine zu meiner linken das plüsch und wieder mal mit jane und sefi sagt mal hallo hi hi ich bin die und die andere ist die jane nicht dass da für später fragen kommen ja wie beim letzten mal da war er durcheinander so genau direkt mal in die live szene weil heute wird wohl wahrscheinlich wieder eine längere runde also genimmt popcorn nimmt was ihr habt egal was zu knabbern aber lasst euch nicht hängen wir tun es garantiert moment mein typisches wo die für die uns bin denn uns ja nicht umsonst die einsatzfliegen müssen den namen gerecht werden er kommt beim letzten mal sollten wir uns ja wieder ein abhängen kommando nennen ja das letzte mal also so lang wenig der volksquote von 50 prozent haben bleiben wir die eintags fliegen also das waren mehr erwarte ich schmeiß mal eine ekeltorte rein er müsste noch an sie müsste noch eine andere holen das ist ein bisschen aufwiegt zwei schlechte spiele eine gute aus noch einen guten dann könnte 50 prozent hat sie eine ekeltorte wir reden ja von einer ekeltorte moment hatte einer ekeltorte gesagt ich habe noch neun stück weh ich sag's dir doch ich hab's gesagt ich komme persönlich und schmeiße nägel dort ins ich verstecke mich hinter den so dass du wirst du jetzt musst du vorbeikommen auf die ekeltorte ins gesicht schmeißen los aber gut ich habe schon mal eine kuchen und lasse man dann eine woche stehen mitten in der sonne aber du musst herkommen ja dann gehe ich aber dann aber da läuft der kuchen ja schon von alleine die es wird alles so schön gesammelt in den box sondern in der schüssel und dann steht so lange du herkommst ist mir das egal alles ist mir egal so lange du da bist ich weiß aber nicht ob du noch mit mir reden willst du denn dann würden wir drin sind und andere du weißt dass wir noch urlaub geplant hatten ich mache backe backe kuchen ich lerne immer noch ich will immer noch für die lagerfeuer das dpa ich bin die besessenheit es gibt also es ist die der besessenheit effekt ist keiner löschen das licht und ich bin beim hecken beim ding gespawnt beim hagen ich bin mein baum warnt was mal gucken was haben wir hier ein werkzeugkasten nämlich ja wo 90 prozent des feldes mit weiß bedecktes also bis jetzt nur ein das ist schon mal ein gekonnt sie steht am meistfeld am general an mit der scheiße exos so langsam ist so angestiegen diesmal habe ich nicht gesehen ja geht zum meistfeld sie wird jetzt garantiert in die richtung unterwegs sein ich mal weiter da in der ecke also auf der seite der metro gerade die beiden jens angemacht sind keine mehr machen müssen erst mal auf der anderen seite welche machen also später wieder aber jetzt erstmal nicht weil sonst haben wir alle jens auf der seite gemacht und die letzten drei sind an einer seite sag mal ist überhaupt da ja 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 die stand die gerade noch an mädrescher bei cat wo sie angefangen habt ihr gesehen wie sie gelaufen ist nein ich habe sie die ganze zeit nur so gehört ich will mich ja auch nur so und ich bin hier direkt am turn kann das sein dass es ein afk killer ist das kann sehr gut sein ich habe ich habe keinen summen mehr moin sterbende na noch leben habe ich schon gehört gesagt dass ich das lief markt ist so ich musste man nicht ich wollte auch immer mal den text dazu lernen aber irgendwie komme ich da nicht so es gibt einen text dazu ja das ist so ein russisches wiegenlied bayou bei irgendwas oh einer ist angehiltert worden immer wenn ich jägerin spiele dann zoome ich mit ist das wirklich ja wie mache ich dann nochmal den 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 dinge skillcheck ja mit der anderen erst der also r1 und dann ist das r2 ich bin auch selber schon aus dem konzept ich muss immer den kontroller in hand haben geht den keller der angeht hatte wahrscheinlich nach dem item also sie hat gerade mit mir den gen zusammen gemacht so kann es ja nicht gehen naja ist gerade an der kiste dran kitty ist am letzten generator ist über die fertig ich bin auch an einem ich habe noch keinen einzigen skillcheck aber ich wollte schon sagen scheiße ah nee es ist ein bot ein was ein bot ich schläge die ganze zeit hier also kannst du Zeit lassen wenn ihr den ausgangsstörer gleich aufmacht dann nur auf 99 sonst haben wir den timer ich finde das sehr interessant dass es ich dachte bots gibt es nicht mehr muss wohl ein frischer sein die werden ja erst geballert die also die werden ja erst aber wenn sie halt ne gemeldet werden gebannt ich bin auch ein frischer bot ich verkehren ich verkehren oh mein gott jane ist verletzt oh mein gott oh mein gott ich werde überleben ja wo bist du denn jane äh den ausgang nicht öffnen am traktor hä nicht öffnen noch nicht noch nicht öffnen um um ich muss nicht aber ich habe es im Grunde genommen werden aber auch plötzlich getroffen das mich ja geheilt werden ich wusste ich halte und lang mein kleiner ein kleiner das tut mir so leicht und jetzt gucken naja da war das euer Mitspieler Hallo, krieg ich auch ne Heilung? Oh! Sorry! Nein! Nein! Heiß! Ha! Ich hab's getroffen gehabt! Heiß, Jeshi! Anscheinend bin ich doch schneller dran als gedacht. Okay, das ist das Ausgangste, das hier ist. Wir können so ein bisschen Zeit lassen. Oh mein Gott, sie hat mich wieder getroffen. Ja, das was hier ist, das ist offen. Die sollen ja das andere nehmen. Das eine ist ja da, das andere ist ja da. Wenn wir das offene nehmen, haben wir mehr Zeit. Weil wir das nicht extra aufmachen müssen. Und der Weg ist krass. Zum anderen müssen wir erst noch rennen. Die liegen wieder sehr dicht beieinander. Gibt's noch ne Kiste hier, wo du mir auch kommst? Will ich neid mal? Musst du mal Meister gucken, da könnte noch eine irgendwo rumstehen. So sieht Asylgerieter im Oste mehr aus. Du musst ja gleich tief becken. Voll die Augen und wie die Tropfen. Ja, ist vom Halloween Event das Outfit. Kann sich um uns um Ausgang gehen. Na ja, hier sind zwei. Also, keine Panik. Ich bin bei Sefi bei den anderen Torsten. Ja, wir können gehen. Okay. Ich komm, ich komm. Gut. Das war eine sehr spannende erste Runde. Ja, ne? Die war sehr spannend. Vor allem, der Stream hat vor 10 Minuten erst angefangen. Hey, wir konnten wenigstens die Torte nutzen. Mh, mag ich? Die Punkte sammeln wir jetzt mal wieder. Ja, bedankt euch bei mir. Du wolltest doch nur das Sterben sehen. Oh, kipp. Oh, doppelkipp. Ja, wann? Ein Bot. Toll. Das heißt, das Zepter wird weitergereicht. Und bei meinem Glück ist es kein Bot. Bei meinem Glück ist es vielleicht ein Clown. Aber mit dir. Und es ist ja auch noch am Ende. Dann lach ich aber. Ich kann mich noch an den Schöl. Feli, danke für deinen Host. Danke, Feli. Ich krieg im Moment keine Lurts, werden dann gezeigt. Versteh ich nicht. noch mal danke so jetzt kann ich schon mal alle begrüßen hier ist das kettchen übernehmen ja du machst es ja nicht bis jetzt kann man nicht viel also bis jetzt hat ja nur ich komme ich komme okay du erscheinst ich komme ganz gewaltig doch mein gott selten dass ich immer wassertrinker spritziges manche frauen kommen auch spritzig du passiert wir haben noch keine 22 uhr okay will jetzt sagen wenn ich sage es ist 22 uhr dann ist es 22 uhr genau erschreckt mich doch nicht so ich hätte schon erschreckt also ich bitte dich wenn du gleich einen clown siehst du so einen dritten so rennen also wie letztens clown gekommen und du hast eine kontrolle da hat doch schon gespielt oder nicht nein nicht mehr eigentlich dran gewesen gesehen wenn man hat gar nicht mal kämen gesehen dass er drängen gesehen es war nur eine staubbocke er ist er hat er hat er hat er hat man nicht vor den killern weg also schon aber mit taktik weißt du weil jetzt ist ja auch warum ich traur bin es liegt an den clowns es war seine taktik mir den kontrolle in die hand zu haben ich wollte eigentlich was anderes somit im kreiz rennen und meint games und so ne das ist taktisches wegrennen das ist dann das was das ist auch von uns getrennt das ist dann das t-shirt okay wo dragon somit weinen neben controller sitzt es wird noch besser sie hatten ja bilder ist zugeschickt ja gibt es bald neu ja nein ich bin es mal herr müsste mal dann irgendwann mal nein nein der herr sagte ich ist sie für männlich nein ich habe die löschen planung aber ich denke immer so ich will die leuten das geld nicht aus der tasche ich komme so schlecht aber vor ich auch nicht aber ich schätze mal so wenn man so punkte sammelt und also was hier so irgendwie so was lustiges irgendwie verliert also ein lustiges system das fand ich relativ cool ja ich weiß das ist das schweige einhorn nein schweige einhorn geht so dass der mittelfinger jetzt an der stirn getackert ja dann weißt du wo das nächste tätowin kommt mit dem skit dann möchte ich eigentlich nicht noch mal sehen es reicht mir erst mal wieder fürs ja aber ich glaube wirklich hatte doch recht gehabt bei dem sprung runter wurde gesagt hat er später dass ich habe darüber nachgedacht eigentlich müsste da voll die blutfontäne sein aber da war ja gar nichts ja also fake ist alles nur fake ich habe ich habe auch andere videos maxi da war kein fake es muss nicht eine fontäne da sein für mich ist es kann und das ist wenigstens tätowieren jetzt weiß ich warum ich immer von hier ich habe mich putze meine brille nie also ich sollte meine vielleicht aufsetzen die brillen wenn er ich will ja ich hatte meine brille mal ich habe ja die frau hat frei wir sitzen ja eine lobby noch mal brille putzen das auch wenn ich schon mal dabei ist nicht kurz mal gleich noch mit da erzähle ich mal wieder was hier ich habe ich weiß nicht warum ich die namen wird so witzig finde macht das er weg der popo naja ist das ist ein pokémon nein der heißt so was der sagt ja aber denn das klang so das hört sich an wie so ein pokémon der teuer hat die verschreckt zu spätes pokémon jemand hat ihn gefangen er ist geflüchtet ganz offensichtlich es ist geflogen es war ein aber immer wenn ich pokémon spiele wird ich bin immer auf aber besessen aber irgendwie flüchten sie immer woran das wohl liegt aber setzt täterport ein entweder liegt das daran dass wir dich nicht mögen oder aber das liegt daran dass teleport deren einziger attacke ist ja ich weiß ich weiß dann ich weiß ja nie wie hoch die chance ist dass man ein aber so fängt ich brauche ich brauchte mal dafür tierisch wie glück kommt drauf an welchen level das ist meistens auf level 6 wo fängst du dann aber ich weiß nicht ich hatte mein aber level 6 bei der gelbe war das die rote edition ich glaube ich erledet ja meistens ich hatte mal ist auch schon noch level 6 also aber hat eine zu 30,6 prozentige chance ein kommt ein normaler pokémon bei kompletter gesundheit geworfen wird das hast du es aber als nachgelesen irgendwas ich wusste dass irgendwas um die 35 das wusste ich aber die genaue zahl kannte ich nicht so nötig dass wir wieder reinkommen lang kann die mit dem gespielt also kette ist jetzt gerade im kommen sie ist aus einer ganz normalen runden kommen ja das weiß das spiel doch nicht dass das wort war ich hoffe auf schweinchen ich bin den clown ich bin beide ich sehe schon was kommt ich habe ja diesen monat noch geburtstag ne irgendwie da kriege ich irgendwie kriege ich habe das gefühl ich kriege eine clownsmaske ich wünschte es gebe dbd fanko pops ich würde sofort den clown dem ender schicken leute kein ruin ich bin an der lächelte ich auch ich bin mit der anderen cloud am jan wahrscheinlich also an der außenwand du bist wahrscheinlich auf der anderen seite ich habe bedürfnis in die kirche zu werden verbrennen doch da kommt hier ich habe minimales herz klopfen doch so sehr musst du dich nicht freuen den doktor zu sehen ich bin mit ihm an meiner killer hütte er hat mich einfach nur abgelassen ja er ist jetzt hinter mir viel spaß schön abgesichert das war wieder so high safety ein killer naja da war die killerhütte du wirst doch wie gut die killerhütte ist das ist doch der looping spot nummer eins das ist doch der 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 ja er ja dort und anders und nein ich lasse mich nicht mehr wieder hier was macht er da mit dir wir machen den gen oben in der kirche ich bin neben der kirche am gen beim ausgang ich hätte nicht lachen soll verdammt ich lasse es wenn die skillchecks wieder so wir haben wir fertig ich bin feller man kann ganz nach oben kommst du nicht james hängen dragon kannst du gehen ja gerade erst mal aus der kirche raus ich wollte gleich ja ich bin bei euch ich muss nur warten bis er weg ist naja ob er jetzt weg geht ist was anders das macht die da die ist auch nicht mit der intelligenz gerade gesegnet so sagt mir wenn er abhaut richtung kirche kontrolle unter ja das könnte die rettung der anderen sein immer dieser blöde kontrolle bei dir ich bin kam flash kontrolle der sind am letzten jan bei einem pferd ich habe hier gemacht ich habe hier gemacht wie weit ist dein nicht ganz her beim pferd schatz ja ich versuche schon andersrum zu gehen ja 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 du schockst mich und du willst jetzt die ganze zeit stehen bleiben der war gut gleich noch ein viertel ja 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 ich glaube der fremste wird erstmal den untergang nein doch nicht bin gleich fertig jo jo und wir hängen gleich ja wir liegen gleich ja wir liegen gleich ah 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 donnerlich ich gehe zu dem ausgang der auf der seite von dem gemma ist jetzt liege ich ja ich bin nur versuche ich habe jetzt nur versucht weit genug weg von der blechelte zu kommen ja trage mich in der nähe des ausgangs trage mich dahin ja 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 aber der andere ausgang ist offen scheiße ne ne bleib jetzt nicht hier los ne 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 nicht doch irgendwoher die andere hat er auskommen ist nie war zu langem ausgang die andere war aber auch nicht gerade intelligent was sie mit jane gemacht hat ich habe fast alle chance gebracht noch hat ja das ist ein bisschen mittlerweile sehr schwierig geworden ja du musst dann ein bisschen was machen du weißt mein problem ist das spiel dass ich immer mit dem killer da habe ich die meisten probleme mit es geht ja nicht darum dass du killer interaktion dass das geht ja eigentlich darum dass wir das selbst sammeln das sollte nicht gefunden wird und im terrorrat ist oder das sollte kommst wenn du bist der halt sofort gelegt wird dann ist das klar dass du nichts kriegst ja nur mein froschen holz mein gott blä 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 da ist ja meine brille hallo ich habe hier vorne hingelegt wieder und da hat ihn auch gesagt hat sich die bildern weißt du das sieht jetzt besonders gut aus graue haare graue graus brillengestell alter mann ich wollte schreiben ich werde jedes jahr alter mann ich werde jedes jahr 18 so was machen nur die frauen hat mein bruder mir mal erzählt weil er damals unter tage gearbeitet hatte da gab es ein schacht ich habe die schuhe auch und dann noch deine sexy hose an das oberteil habe ich leider nicht da kommt auch von der krankenwagen hier sind wir wenn ich dann sterbe kann ich dir wieder zugucken mit einem tollen die hose in den arsch gut aus jeder hose gut aus zwei haben man immer noch ist es auch meckerten knackigeren arsch weiß es dir noch nicht aufgefallen ist ist früher als wir angefangen haben mit dbd gespielt habe ich auch mal weg gespielt dann hieß ich immer madame knackpupo knack vor allem bruder war untertahl war ausbildungswesen und da hieß ein schacht alter mann oder kann eine lehre an habt natürlich an die kasse gefragt gehabt ja wie heißen der schach und einer aus der klasse alter Mann, der wurde aus der Klasse verwiesen, weil der Lehrer dachte, es wäre auf ihn bezogen. Unverständlich, aber verständlich. Naja, so wenn man es nicht weiß, ne, ist es schon so ein bisschen. Aber hat der Lehrer dann herausgefunden, dass der Schach tatsächlich so heißt? Wahrscheinlich, ja. Das hat er sich wahrscheinlich sehr doof gefühlt. Ja. Ich will, dass du mir auch eine Karoffe mitgebracht hast. Sieht aus Dördes wegen. Oh. Mutters Behausung. Mutter, ich bin zu Hause. Der Rote. Ich ziehe gerade in das Lied von Rammstein denken. Welches ist von Rammstein? Mutter. Mutter. Oder Butter. Hier kommt die Lolle. Okay, bevor hier irgendjemand was macht, die Juking-Option abwägen. Das Fenster ist offen. Wollten Sie haben. Okay. Die hinteren Fenster im Haus sind beide zu. Okay. Es gibt nur zwei offene Fenster im Haus. Ist jetzt ein Generator? Ähm. Okay. Oh. Die Tischen. Die Bayermitte. Beim Mainbild. Kommt sie in den Keller? Ist hier der Keller? Der Keller ist hier. Nee, der kommt nicht mehr. Oh Gott. Gott sei Dank. Der Keller ist nämlich in Reichweite gewesen. weißt du schon wer das ist ich glaube wenn hat der barbecue gehe ich mal von aus und ich kann nicht doch jetzt kann ich Was ist das denn? Was ist das denn? Salt is coming! Mädels, wo rennst du hin? Das sieht doch heil, wo rennst du hin? Oh, heil! Ui! Das ist so mit Wartenscheiße! Er hat BBQ Ich hasse dieses Ding Ja, es ist ein Ding Oh! Ich hasse die Bräische Dieses Gestöhne von denen Aha, das ist ganz widerlich Das ist so traurig Ah, ich häng! Ja genau, mach ruhig mein Generatorenküppler vor. Warko, bitte, dass du sicher bist! Ich bin nicht sicher Ich, ich rede mit Jane Ja, hinter einem Er geht jetzt woanders lang Eine ist jetzt Richtung nicht mir Also ich bin die, die auf dich zugeht Okay Warte, er geht genau in deine Richtung Wahrscheinlich Ja, oder die andere Okay Jane, kannst du Cat runterholen? Ich bin genau, ich bin genau zwischen denen Also zwischen dem Leather und Ich bin genau wenn die kälte jetzt noch mal hängen ist die weg schrank wenn wenn du im schrank bist wirst du von der barbecue das essen ist angerichtet ist aber euch ja doch einmal meine richtung gekriegt ja da habe ich gesehen ich habe ihn so schön getebeckt Melde-Ein-Verlust ist ja schon da. Hoppa, ich bin hier. Du musst dich schon gründlicher umsehen. Ich freue mich schon gleich, wenn wir wieder eine Nurse haben sollten. Ach, hoppalein. Dann kann Seville wieder mit Nurseen spielen. Oh ja. Würde schon mal die Finger bringen, die sich so schwitzen. Ne, Philipps. Ach, mehr als Schärmen können wir nicht. Naja, das ist normal, dass ich dann schon zehn Finger habe, sehr zimmerweise. Ich müsste mir, glaube ich, irgendwie meine Hände mit Mehl oder so einreiben. Doch. Ich kann da wahrscheinlich schon nicht mehr mitreden, weil mich das alles nicht mehr erschreckt. Apropos erschrecken. Ähm, es hieß ja erst, ähm, weil so, dass wir, wir müssten auf 200 Euro kommen, ne? Da haben wir geguckt nach einem Spiel. Sollte nicht eigentlich schon Man of a Medan drauf sein? Ja. Haben wir heute gar nicht gesehen. Oh, Generator ist bei mir fertig. Und Jane auch. Synchron aber. Das ist doof, wenn es groß ist. Oh, Schränke. Oh, ich sehe nicht, Jane. Wink mal. Hallo hier. Heute sehen wir mal die genderfluide Schnecke. Oh. Ich bin hier im Wohnen. Er hat mich getragen, ja? Darf ich wieder raus? Jetzt kannst du rausgehen. Wenn die schwarze Aura weg ist. Hupper, hupper, hol doch mal den Schrupper. Jane, was ist denn bei dir denn hier? Hi. Na, Grüße. Und wenn ich an Hupper denke, muss ich auch immer an Hupper-Buba denken. Der kommt bestimmt gleich wieder. Mhm. Der ist so wie ein Bumerang. Er kratzt mich mal da hinten. Ja, bitte. Er kommt. Er ist unterwegs durch. Oh, da ist er. Das ist das Klamot-Strums-Lied, ne? Keine Ahnung. Ich habe das immer noch. Nee, 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 nee. Wir bräuchten einen Killer mit einer Sense. Wieso? Wenn er da die Sense wirkt wie ein Bumerang, ne? Dann hat er eine Bumse. Daneben. Bumerang. Bumerang. Er wollte mich nicht mehr. Vielleicht kennen sie dich ja schon. Nein. Ich bin grad die ganze Zeit mit ihm um eine Palette garantiert. Ich glaube nicht, dass man mit Wand empfindet. Das dachte man mir auch ganz. Also er ist nicht der Hellste. Wir hatten ja auch schon mal so einen Hupper, der war auch nicht der Hellste. Sind irgendwie alle nicht so die Hellste. Also ich meine, Charakter, ja, aber die Spieler können durchaus schlau sein, so ist es ja nicht. Ja, ja, ich weiß nicht. Es gibt so, ich gucke uns mal nicht. Du. Du. Das. Das sprachen wir davon. Du ich wurde erschreckt. Okay, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Schränke zur Ausbau. Wie gab es für Luxus? Ich glaube, ich bin ja alle Pimpinose. Wir haben vier. Ich glaube, ich habe ich so erschreckt, dass ich Pimpinose. Das wäre jetzt witzig gewesen, wenn ihr dabei gleich beim gleichen Schrank rausgekommen wird wie ich. Ich glaube, er hat, bei uns hat das nicht gefuchtet. Ich glaube, er hat uns gesehen. Und da muss ich irgendwo gleich die Hose wechseln. Uff. Ach, ich lasse fließen, ich brauche meine Hose. Ich bin ja mit Schrank, ich bin ja in den siehst. Ich habe jetzt noch mal, was ich wo bin, ich bin. Ich bin jetzt da jetzt. das ist bei uns echt ohne gesprochene das war nicht so gut heute der der die andere kate zu schnell verloren ich bin nicht schnell genug wohl dürfte eigentlich er kommt glaube ich zu dir das einzige was jetzt eventuell ist es eine blindschleiche und gleich hören wir wieder das schöne stöhnen von ihm he is down down do that nein er packte seinen hammer auf die scheibe das mit scheibe abschneiden übernimmt er jetzt kann ich bin mir noch nicht mal sicher ob ich jetzt sofort tot bin weil es doch ein bisschen sehr krass eng war oder ob ich jetzt noch kämpfen muss das ist gut ich will jetzt auch irgendwie nicht ja ich merke es dass wir wieder blinken Ich höre kann, ähm, herrscht auf den Bill. Sephi, weißt du, wo die Nuke ist? Die ist noch nicht da. Scheiße. Was heißt, ich muss kämpfen? Er hat mich gesehen. Gut, darf ich bitte sterben? Mein Aua. Stell dich so an, die Mädchen. Denn Mädchen, lass mich. Ähm, Kat, lass dich bitte sterben. Meine einzige Chance ist die Nuke. Gut. Sag mal, wieso stehtst du alles eigentlich so weit rüber, dass ich da nicht mal ran kann? Weil du grad ans Spiel hast und ich den, den ich es gebraucht habe. Apropos. Ja, ich weiß, jetzt kommt das Zepter wieder runtergeflogen. Guck dir, äh, Sifi zu. Mh, wenn es mir angezeigt wird, dann kann ich auch. Jetzt kann ich. Oh, schicke Güte. Sieht aus wie ein Eispickel. Nein, meine Box. Na, haben wir. Kannst du dir nicht so ein Eispickel da gegen den Kopf werfen? Willst du, Janelle, hier seht ihr es wie, äh, die ist richtig gut. Ich hab eigentlich keine Option mehr. Ich bin der letzte Überleben. Das heißt, er muss nur noch mir herlaufen. Mit keinerlei... Ablenkung. Ah, cool. Und der ist ausfällig, ich hab schon Augen. Sorry, Cardi. Okay. Jane fügt schon Strichliste? Ja, ich hab bis jetzt so ein Tod, ja. Ich auch nur, stell dir vor. Hm, na, das wird jetzt mein erster. Hm. Ja, wir machen jetzt für alle Strichlichsten mit. Strichlichste? Hm. Ich glaub, das war's für mich. Warum sollte man jetzt einen Ausgang finden? Weil die Luke zu ist. Wenn die Luke zu ist, kannst du die Ausgang eröffnen. Ach so. Hi. Na komm, hau mich. Boing. Und mach gleich einen, äh, Überflag hier. Ich entscheide, wann ich sterbe. Zefi ist nicht stark gewesen. Papa singe ich, wie. Ichreich schon mal aus. Wer oder dich? Wieso? Selbst wenn ich vom Harten oder wenn ich von seiner Schulter runter komme, was dann? Auskommt. Ausprinzip. Ausprinzip. Geh jetzt ab. Nichts hält sie am Baun. Also im Moment werden wir unseren Amantagsfliegen sehr gerecht. Es ist sehr cool, aber. das war jetzt mein erster tod ich bin auch über der kurse also bei mir ist es so dass wir am anfang anfang viel sterbe und späte stellen wir gar nicht ich bin was will ich ist eigentlich schon mal zweiter tot jetzt wirklich erkrankt waren bei uns auch zurecht ich meine kettensäger bekommen ja stimmt jetzt kann man bei uns und jetzt haben wir es ja das ist komisch das ist meine unglückstote die ziehe ich nie wieder an ich kann mich noch erinnern wo wir dbd normal aufgenommen hatten hatten wir hast du deine glückshaare und die hat uns wirklich vielleicht sind das ja meine neuen glückshaare ich kann mich noch erinnern dann sind wir immer wir hatten nur den das sind meine standardhaare ich glaube nicht dass die uns glück bringen weil ich sage noch wo du mit etwa das glaube ich jahre anhat ist da war nur der hat man haare anhaben kann war der random charakter immer der der gestorben ist und dann nehme ich jetzt die das sind jetzt meine neuen glückshaare ja eigentlich ist eigentlich ist es die nur halt blutverschmiert ich habe leider nicht sehr viele haare mit kämpfen muss ich gleich mal in den shop gehen nach der rund um mir welche wohl dann habe ich vielleicht wieder glückshaare soll wie jetzt kommt es mit neun gestern denn ja wir sterben ist also noch da korrektur ihr seid gestorben ich habe mich entschieden zu sterben gibt es vielleicht heute wieder meinen dragon opfert sich selbst für andere wann gibt es das mal was ist aufgenommen also ich habe aufgenommen dass ich mich für andere geopfert habe das habe ich aufgenommen ich habe mich auch manchmal welchen weg schließen dann ist ein zufälle weißt du nach einem jahr ist noch daher doch nur gerade nebenbei denkt daran wie ich mich für dich vor das gespenst geschmissen habe obwohl sie mich hätte morien können denkt daran ja ich fand auch noch die messen im possible nummer die weiß ich auch noch dass das war ja kein selbstmord aber das war wirklicher selbstmord ich fand das nur so auf ich mal ich bin nicht hinter den gespenst da warten hatten wir der sich unsichtbar machen kann und alvi sind noch da nur alvi zockt gerade noch und kriegt nicht immer alles mit war völlig schuldig geknodelt ja okay da lassen sich die so viel zeit zeit war nicht der killer das war die andere also der killer war bereich auf allen offenländen gewartet ja immer bereit er wartet doch bis ein bisschen futter erscheint und das dauert meistens länger als lieferservice inzwischen habe ich mal gewartet habe als killer habe ich ein paar monto videos geguckt es ist echt krass vor allen dingen das wird richtig krass wenn der neue killer rauskommt da wirst du richtig warten müssen ist dabei auch so wenn die neuen killer ausprobieren dürfen kostenlos ich bin ja auf den neuen killer bin ich ja gespannt den hat mir davon ein paar videos geschickt es gibt nur zwei mit instanz geholt ich habe das ich habe mir auch noch das ok von des original vier angesehen also aus dem film selber das ist ja auch schon gesagt aber ich sage gerne noch mal ins blieben weil ich das cool finde es dbd hat das gleiche modell für den für den killer als die auch in der serie haben das ist das gleiche modell für das maus sieht zu geil aus es gibt ein ruin wie unkraut ja und er kommt hierher ob er zu probieren das ist die Ewigkeit auch ein bisschen fertig ist auch nicht der nächste war auch durch dies durchs Fenster Alter was ist hier los? Schnetzelfest durchs Fenster ja das ist normal Alvikipfote ich geh sie holen ich konnte nicht so würde ich habe dort geliehen zeit das ist keine universallösung ich habe den so spät gesehen ich hatte kein herz klopfen ich hatte nix ich hatte kein herz klopfen ich hatte nix habe ihn erst aus dem hintergrund ansturm sehen willst du mich mal wütend sehen du hast drei er auch bei wolfhenstein auf mich geschossen ich muss wieder gut Moment hihihi hihihi er ist da hinten ich habe den Gen fertig gemacht hier ja toll das ist doch ne Verarsche du willst du mich troll heute ey wie kam der so schnell hier rüber ist gerannt ey ich will die nicht trollen ich wollte dich abhängen Alter das ist jetzt nicht meine Runde ey ich bin doch cool Danke Drack der hat mich umgebracht offiziell hat er mich umgebracht oh man ey der war da hinten die hat gerade den anderen aufgehangen boah eigentlich der Psythische System brauchst du auch nicht ja ich bin ehrlich ey das gibt's doch gar nicht wie schnell ist der der portet sich bestimmt hat er an Geschwindigkeit zugelegt der hat dich gerade der hat die andere grad aufgegangen wo ich dich abhängen äh abgangen habe du weißt schon dass in dem Moment wo er die Aufgang hat dass er dann gleich los sprinten kann totreifigen doofdrag boah das kann ich ich hoffe du stirbst jetzt auch können passieren nach dieses Ding hier das war echt nicht geplant oder beabsichtigt ich wollte dich erzert retten da habe ich aber schon bessere Rettungsaktionen gesehen ihr weiß ja das habe ich schon von Männern öfters gehört geht das wirklich nicht nein ich versuche wenn ich doch da oben gucke mein fernseher ist so groß und wenn ich nach da oben in die Ecke gucke sehe ich den seh ich den Balken nicht da unten und beziehungsweise den Skillcheck so das war jetzt aber nicht im weißen Ding drin oder das ist auch nicht wirst du jetzt ruhig du bist so aufgeregt du bist so aufgeregt du bist so aufgeregt nein jetzt machst du mich ganz kirre oh hi oh Murder so könnt ihr mal aufhören euch unter und hängen zu lassen ich tu nur meinen Finger auf strength zeigen mehr mach ich nicht ja hier bitte hab Spaß das ist nicht meine Runde ja ich hab's gemerkt ja vor allen Dingen, ich habe nicht damit gerechnet, dass er gleich so ein Speed hat das ist doch ein Speed hier ja ich geh gleich mit meinem Schlimmchen ich glaube das war das Ruin Alter, dass das noch getroffen hat das hat eigentlich nicht mehr treffen dürfen sie drunter auch im Fenster ja aber vor allen Dingen, ich war schon durchs Fenster gesprungen, bin schon zwei Schritte weiter geraten ich stand da nicht mal mehr das war ein Leatherface und mit dem Hammer durchs Fenster ja wir wissen ja mittlerweile, dass die nicht mehr allzu prickelnd sind oh Gott das ist ein bekanntes Problem sollte man die Fenster meinen? ja am besten würde ich nicht sagen, weil du brauchst deine Verteidigung, du musst dir nur überlegen wann du durchspringst ach übrigens, wir hängen jetzt beide, ne? und der hat barbecue, viel Spaß der kommt jetzt gerade direkt zu dir auf dem Weg, ich will es dir nur gesagt haben also Sophie, soll ich schon bei dir dotschreiben? ja 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 das war schreib mich nicht zu flirpen was? wow wow, was? wuh, Sophie wie? was muss passieren? Sophie, 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 Sophie also heute bin ich im Vorum ich darf mich nicht schreiben nicht vergessen sie töten drei Weg dranken, wo? ja nee, ist klar ja ja ich sag ja, meine Ninde sind schützlich auch aha aha ja nicht immer nur mir die Schuld geben wer braucht den Teamkameraden, wenn er sich selbst vom Haken ziehen kann hast du eine kleine Fenster machen? Moment mal Schatz äh, Moment ich muss gleich mal hier null machen richtig mir müsste es eigentlich auch etwas nachfüllen müssen brauchen ja ich will den hacken oh shit, der ist nicht mehr da ich will den da ich will den da der war aber nicht mehr da ich will den da kriege ich jetzt den? okay, der ist auch gut ich glaube meine haare meine foto und das wird offensichtlich nicht unsere sind vielleicht meine eure ok also wie gesagt ich hatte glück ich bin von untergekommen aber na ja das war es dann auch schon ganz leise höre ich ein von wehen genauso wie es sagt man gut dann gehe ich mir eben andere haare kaufen was gerade 2322 kannst du bei mir bitte ein vermerk machen dass es zweimal endgame war beim nächsten im endgames zu sterben ist nämlich keine schande im moment war was willst du denn machen wenn der kinder die luke zugemacht hat und die ausgänge so dich nebeneinander so du hast ein hilbel hier ist da kannst du nur sterben ja was kann ich dafür dass ihr solche flachzahlen seit ich nicht bei den ich konnte nicht manche machen das ist mir egal ich bin ich raus gekommen und das zählt so gespollten busse ja mal gucken ob aschblatt unsere glücksfarbe ist macht doch mal toxik näher ist eine gute wahl wenn du nicht spielst du und schon mir fehlen was dazu ich spiele ich deiner meinung nach netz jetzt mal ehrlich spiele ich nicht nein naja was denn schon mal zu weibern und das spiel ich nicht damit ich die luke kriegen kann ist das nett da ist sie stand doch kurz vor stunden ich meine es war notwendig aber nicht nett ja gott man dort manchmal deine aussätze auch sonst ich habe ja trotzdem die das sind hier nicht hauptsache er sagt sie jetzt so 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 und wenn wir uns gegenseitig im spiel und die google ist okay so lange ihr euch an die gurke geht ist das okay ich weiß ja das war aber das war ja auch wieder hart das könnt ihr untereinander gerne ausmachen man lässt mich der bitte aus dem spiel ne guck mal du wir hatten auch unsere fehde hast du mir getippelt hast du nicht das ganz geld von du hast mich darauf gefordert ich wollte das so war das nicht die ekeltortenfäde ja aber er hat diese ekeltorte hat uns glück gebracht ja vielleicht sollte ich doch einen reinschmeißen vielleicht heute ist ja wieder gegenteilt tag ane dann ist ja dann muss ich wieder einiges vergisst also im moment nicht ich lebe noch am längsten wenn gegenteilt tag wäre würde ich sofort sterben ich bin bereit ich bin bereit ja du 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 ich hätte ich sehen was ist was du darum machst du auch von den tippen ich spiele mit toxik wir werden alle sterben das ist mir bewusst moment gegenteilt da könnte dragon wirklich feuer spucken willi da würde er sich nur gegen nur sich selbst abfackeln wenn gegenteilt hat der renne dann wäre dragon der top survivor und ich hätte anstatt haare die wahrscheinlich pink dann wäre das nämlich umgekehrt dragon würde die ganze zeit die killer lupen und ich würde einfach die paletten und dauernd weitere was würde ich schon ich habe nicht dass ich bei dir viel ändern würde stimmt dann würde der schwanz sehr kurz hatten nein ich meine ich das mittelding zwischen uns beiden na gut danke ist immer noch die mitte der also so viel würde ich jetzt nicht tun also verliebt wirklich im gegenteilt tag wäre würde ich den controller nicht spinn stimmt ja dann würde die x-taste butterweich laufen die würde von alleine gehen das wird toll vielleicht kannst du dir die aktion nicht auch nein nein und es gibt ein ruin nummer so vorweg kurz bei den vier wo ist das bacon fängst wieder mit dem bacon aber ich glaube heute ist wirklich gegenteiltag ich bin auch mal weg also wir machen es ja so wir machen das so wenn er die falle drauf hat dann mache ich wieder fertig nein wir stehen jetzt nicht wieder spielschweinchen wird auch da haben und dann stirbt das war toll willst du mich wollen ja noch was ja gerade hinter mir ja so also ich war toxisch ich habe eine palette jetzt seid ihr dran wir haben generator fertig ich weiß aber nicht wo sie ist ich auch nicht jetzt wissen wir wo sie ist wir sind in der blechhütte an generator ich bin der größte fan was du sollst deine fans nicht umbringen ist kein geld mehr ich glaube dass das ich glaube dass dem becken egal ich weiß noch wo auch mal gefragt habe ob ich mir einfach mal zu töten lassen darf oder weil ich dann bock auf ein männer hat und die mich aber nicht töten wollte auch das süße auch merken da gut schreibt wie ich sehe klappt noch alles mit der elgato oh ja oh ja über mir habe ich noch ein paar problemen nur ich habe keine alerts mehr ich höre sie nicht mehr und sehe sie nicht mehr ich weiß nicht mehr als ich fertig machen so sehen du machst den jen fertig da muss sie zwar laufen aber wir können alle jenzen ich mache ich hatte ich sehe dich ich bin auf dem weg jenzen das war ja die randops machen doch immer die jenzen dass ich noch ein ja noch außer bei mir ich befummel dich mal eine runde als entschuldigung ja kratz mich mal da bitte entschuldigung ich bin abgerutscht jetzt kriege ich eine falle das war ihr ruin vor 60 kommt in eure richtung wie geht zudem der da beim turm ist ja also uns also in die richtung ist sie gegangen ich weiß nicht ob sie da noch ist ein becken einmal becken sie sauer damit machst du dich mal auf den weg und holst mich hallo da hinten der letzte sein ist so ich mal wollte ich nein ja die mac kommt ganz gemächtlich auch dass sie die alte die alte schweine ist in haus melde schweinen haus also kann könnte sein dass mein kopf bald irgendwo fliegt naja es ist doch mal so solange du in ihrer reichweite bist du machst dein kopf nicht hängen ja also wenn wenn du verfolgt das zelt einmal auf das ist ja nett ja die bd hat auch nette seiten mal naja im ende gibst mir dann der telefon Oh ne, lauf doch nicht. Barbecue. Oder? Ne. Schatz, hol's runter. Gehst du weg? Oh, noch nicht? Sie ist gerade von Niederland gegangen. Oh, 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 jetzt mach's gleich gut. So gesehen hat sich der Gehze darauf gebracht. Jetzt weißt du mal wie es mir ging. Jetzt weißt du mal wie es mir ging. Wie mein Kopf an die Wand tapeziert hat. Ich wollte es gar nicht sehen, aber... Oh, oh, schnell, 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 oh mein Gott. Jay, weg da, die kommt. Naja, ich bin echt tot. Tröste ich, Jay, wir sind im selben Boot, ich muss auch laufen. Jetzt hängen. Jetzt hängen. Oh, Schatz, hier ist ein harten. Ich weiß. Tschüss, schöne Welt. War schön mit euch. Toll. Toll. Nächste finde ich mein Kopf nicht. Hoho. Jayne ist ein Bacon zum Opfer gefallen. Ich werde den Bacon jetzt auch zum Opfer fallen. Morgen, ne scheiße, morgen kann ich mir gar keine Bacon Chips kaufen. Verdammt. Wie gerne hätte ich jetzt in einen Spacken bacon. Daneben, Miss Piggy. Wieder daneben. Miss Piggy. Wieder daneben. Miss Piggy. Jo, ja, ich mag keine Hosen. Das sagst du ja. Ich hab schon das 10. Mal. D, die, die zweite sechste Hose mit den Rissen. Jo, aber ich werde... ich werde jetzt auch drauf gehen. Scheiße. Du bist wenigstens schön gestorben. Mann. Du bist wenigstens schön gestorben. was kann ich großartiges machen kann sie entscheiden willst du verlieren oder das ist immer der letzte oder schweinchen ach komm das hast du noch machte sich das piepsen auch nervös wenn ihr jetzt nicht mein gott darauf sie sind ja ich habe sehr gesehen ich habe keine wahl ich muss habe ich auch genug zeit erkauft ich bin anletzten mit dem letzten generatoren fertig ich hätte gern von die scheibe aber nicht von mir also wenn du so lange noch durchfällt dass wir den jen fertig kriegen dann kannst du mit der falle rausgehen das hat aber nicht verziehen das war nicht mit absicht ist cool ist hast du noch einen namen nein so ist ja ich musste wieder machen war der letzte ich habe keinen keller seine falle läuft jetzt ja seine falle ist aktiv hat das war der zweite name stimmt der erste der andere sehe ich jetzt ja ja nur dort und war der erste zweitnamen bestimmt ja ich bin auch ein bisschen und da wenn sie jetzt auch in den keller kommt habe ich keine bescheiden wir kommen beim fröhlichen abung und danke für den lust das sieht ungesund aus welcher ausgang ist du kannst eh nicht raus mit einer falle scheiße vielleicht sehen wir doch mal einen kopf der fliegt aus dass du dich aus deinem aus seiner geliebten zeit raus genießt stimmt ich habe an diese geliebten zeit nicht gedacht stimmt ich werde so in panik von der passt da jetzt nicht sein ich habe dafür jetzt gerade keine zeit lass dich heilen weil sie kommt oder sie ist ein vielleicht sehen wir doch noch ein explodierenden kopf gleich könnte nämlich ganz passieren wollen klar dich würde es freuen existiert wie geht es alle generatore dinge ab Das schaff ich nicht mehr. Nicht auf dem Platz. Ja gut, das stimmt. Du brauchst noch die Zeit von der Tür noch. Das ist ja das Problem. Ich hab die Zeit von der Tür und die Maske. Das schaff ich nicht mehr. Bing, 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 Bing. Okay, wenn du in die falsche Richtung rennst, obwohl ich Body bloque, kann ich da auch nichts dran machen. Ich will meinen Kopf behalten. Dankeschön. Tja, Toxikinia hat die alle überlebt. Ich hab da auch einen Kopf, was mir nicht gerade passt dafür und das schaff ich nicht mehr. Ich geh mal raus. Mach das. Das Einzige, was ich tun kann, ist dafür zu sorgen, dass die Luke kommt. Nein. Alter, das ist doch ein Hohn. Bing, 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 Bing. Schon ein bisschen aufgeregt? Bing, Bing, Bing. Alter, hör auf damit, du brauchst die Kirre. Die ist doch auch bei dir. Es kommt, los, los, los. Ja. Ja, immerhin ist mein Kopf nicht explodiert. Immerhin ist mein Kopf nicht explodiert. Das fühlt immer noch. Das war gut. Das war echt gut, Simi. Das war echt gut. So, jetzt gehst du wieder Cat an Controller. Ich bin voll dich durchgeschwitzt, Controller, ihr. Alter, ich bin... Ich sag, als du gehst für die nächsten Mal, wenn Dragon spielt, nehme ich immer Toxikinia, weil dann kommt wahrscheinlich weiterhinterbender. Oder der Clown. Eigentlich wär ich da dran gewesen, ne? Ja, eigentlich wär Cat dran gewesen. Jetzt hast du auch zweimal. Ist doch egal. Hey, ich hab mal Pause. Da probieren wir jetzt mal unsere neuen Glückshaare aus. Ja. Ich geh mal ganz kurz in die Küche, weil es hat grad ganz schön durchgegeben. Ich frag mich zwar, wie ich mit dir jetzt noch stealthen will, aber naja, wer Glück braucht, braucht keinen stealth. Genau. Also lass mal hier in euer Schlafzimmer einfach die Tür auf. Ah, ich fahr mal hin. Die Blonden, sind es die Neun? Nein, die Neun sind noch nicht da. Ja, die kommen erst am vierten. Ach so. Ihr bist bereit, jede Zeit. Ich muss mir auch mal den kaufen, gell? Ähm, so. Ja, warum her, dass ich mir was kaufen kann. Du kannst auch mit Blutscherben. Ah. Ja, die schönsten Sachen nicht, wa? Ein paar Sachen nicht, aber vieles. Nein, der Mann, das ist ja auch hier. Oder halt zum Beispiel die 2-Kernack-Jacke von Nia, die kostet 7.500. An Blutscherben. Ja. Ich hab bald 7.000. Also dafür kriegst du schon ordentlich was. Äh. Nein, der hatte nicht, äh, der ist, äh, komm jetzt ganz erst runter und wird jetzt erstmal die, äh, Schlafzimmertür aufmachen. Und da haben die Schuhe vorliegen, danke. Okay. Weil, ich schwitz mir den Hirn ab. Das hab ich auch noch nicht gehört, ich schwitz mein Hirn ab. Ich schwitz hier meinen Arsch ab. Ja, was, jetzt Hirn oder Arsch? Ich dachte vorhin, äh, gar nichts von Hirn. Ich schwitz mir hier ein Arsch ab. Also irgendwie macht dieser dunkle Pullover jetzt überhaupt keinen Sinn mehr. Ähm, nein. So blond sah ich aus, wo ich meine Haare blondiert hab. Ach, ja, komm. Das sieht jener aus, der seine Haare blondiert hat. Das ist so, dass man sich die Haare blondiert hat. Wie auch der darauf anspielt. Ey, ich hab meine Haare blond. Hey, ich hab meine Haare blondes letztens blond gehabt. Und jetzt sind sie, oh. Wir können sie, wir können sie ja letzten, wir können sie auch mal komplett blond lassen. Ich färb sie dir nicht noch mal. Wann kommt wieder? Blattborn? Äh, eventuell, also morgen, denke ich mal. Frag doch erstmal Jane, ob es Lust hat. Ansonsten machen wir nämlich wieder alleine. Äh, mit Jane hab ich doch gesagt. Spielen wir all privat. Ahja, okay. Gut. Dann wär das ja geklärt. Ja. Tray, hast du es jetzt gelesen? Hä? Jetzt? Hast du es jetzt gelesen? Wahrscheinlich bei der... Ja, Dragon Bacon. Dragon Bacon. Ey, ey. Lodo Morgen. Bloodborne. Ist doch dein Lieblingswort bei Amanda. Ja, es... Vielleicht solltest du mal ein bisschen höflicher mit dir sein, dann lässt du dich verhören. Okay, dann ist es nicht mehr Bacon, dann ist es hinter Schinken. Das ist dasselbe. Nur in Blau. Okay, ich bin in der Kellerhütte. Warum sind wir schon wieder hier? Ich hab keine Ahnung. Ich bin die Besessenheit, keiner löscht das Licht. Schnee. Äh, es ist Kettensäge-Massaker. Ähm. Es gibt ruin. Jetzt die Frage, Huber oder Lever, äh, Huber oder Hillbilly? Leather. Huber. Huber. Huber, Huber, holen wir mal den Schrober. Leatherface. Nein, gar nicht, Hillbilly ist das. Nein, Hillbilly. Ich wollte schon sagen, weil ich höre ganze Etiketten sehe. Hast du bei den Huber auch? Aber er ist nicht so laut. Leatherface hörst du nicht über die ganze Map, beim Hillbilly hörst du über die ganze Map. Und ja, ich verwechsel die beiden. Für mich sind das beide Leather-Belies. Ja. Beide haben einen Hammer, beide haben eine Kettensäge. Schhhhhh. Was gucken hab ich jetzt hier? Nein, ich hab kein Herrscher. Keine Ruin. Was? Ruin? Keine Ruin. Ja, es gibt Ruin. Was? Doch. Dann hat er vielleicht ein grünes. Moment. Das ist für alle gleich. Es gibt Ruin. Okay. Hm? Gut, ich hab noch keine, ich hab noch keine, äh. Ach, du hattest noch kein Skillcheck? Ja. Ach so. Ach so. Okay. Ich wurde gerade erfolgreich von meinem Gen vertrieben. Ach Gott, am Arsch der Welt. Boah, ich bin da in der Nähe. Ja. Nur für Lodo jetzt nochmal. Ähm, wir haben alle zwei Wochen einen, ja, großen DVD-Stream. Und die Tradition haben wir ja jetzt, äh, damit haben wir vor, ja, zwei Wochen das angefangen. Oh Gott, das war da, der Keller. Und das ist unser großer Spieleabend. Aber morgen gibt's wieder Blattbohr. Okay, er haut da ab von ihr. Da geht's wieder zurück. Ja. Ah, mein Chef ist fertig. Wieso tut denn? Habe ich auch öfters gemacht, es war mein Tod. Ja, deiner. Ja, es ist, äh, Cap, nicht drin. Ja. Ey, du hättest es gefragt, wenn mein Kopf explodiert wär. Ja. Hast du mich getötet? Hab ich nicht. Doch. Ich hab da was zum Popo. Ah ja, da, ich seh's. Ja. Könnt totems auch im Haus sein? Äh, keine Ahnung. Glaub ja. Die hab ich schon an dimmsten Orten gesehen. Äh, fast nicht schon. Ich, 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 ich guck so selten nach Totem. Ich mach dir immer normalerweise im Vorbeigehen mittlerweile. Wenn ich es sehe, mitnehmen. Ich bin durch bei Jane. Ich hol sie mir. Heike. Bevor die X-Taste aufgibt. Ey, noch muss ich nicht kennen. Die Sacke, bevor er sie aufgibt. Als sie sie unten wenigstens nicht während der Kiel in der Nähe. Oh, ja, ist ja gut. Ich hab euch ja vorhin schon. Ich glaub, das hältst du mir jetzt mein Leben lang vor. Du musst gehalten werden? Hat sich selbst oder soll ich immer uns helfen? Oh, wieder Befummung. Au, das war mein Hinterkopf, Junge. Ich bin da ganz hinten in der Ecke. Naja, sie ist. Bin da nicht. Und zunächst mal ein so lustig ist. Guck mal, ich bin hier schon die nächste. Wollen wir uns die teilen? Bitte. Junge, ich kann darüber gucken. Ich sehe das, wenn du rückwärts läufst. Der kann rückwärts laufen? Naja. Ja, der kann auch rückwärts laufen. Ja, fein. So war das richtig. Ja, fein. Hast du gut gemacht? Hier in der Decke liegt. So, ich liege. Nichts wegen ist es bequem. Nö. Im Schnee? So schon beig. Nö, das war irgendwie so eine getaute Stelle. Willkommen zu Katz? Ich hole dich. Ich bin schon dabei. Er ist gerade ins Main Building gegangen. Hinter mir in den Eingang. Naja. Ich weiß aber nicht, wo er ist. Bei mir. Entschuldigung. Ich bin ja perfekt da. Naja. Zwei, ich mach den nächsten schon schon. Noch kann ich. Erstmal heulen. Dankeschön. Bitteschön. Jetzt erst bringt die Glücksfahrer noch halbwegs Glück. Keiner. Nach oben ist er. Wir haben aber Glück gehabt. Ist das Jane her? Mach mal Abhängendienst. Ich bin dabei. Irgendwie mit der Zeit. Hi. Vorsicht, er kommt in den Keller. Uiuiui. Uiuiui. Pfff. Alter, das war knapp. Mhm. Komm hier, komm hier. Ich hab mich toll schon wieder einfach vergessen. Damit wir gerne vergessen. Let's go. Das muss aber gut. Ich bin abgerutscht. Scheiße. Okay. Das hat diesmal nicht geklappt. Aber immerhin. Du hast den Tag drauf geholt, dass ich ein Ding festhalten kann. Dass ich Jane hochheilen kann. Ja. Er kommt zu euch. Ich kann doch gar nicht wissen, wo wir sind. In eure Richtung zumindest. Ich sag nur so mit so. Er kommt zu euch in eure Richtung. Jetzt holt er uns. Du siehst uns nicht. Scheiße. Der Arsch ist nicht zu übersehen. Dieser Arsch. Ja, er tritt hier ein Generator. Meinst du mit den Arsch und der S-Bahn? Ich gehst erstmal zu uns ja dahin. Ich gehst erstmal zu uns ja dahin weg. Ich werd schon gerutscht. Wird mich echt mal interessieren, was er an dem Minus ist. Vorsicht, er kommt zurück. Pappen, zerbrühen, geil. Scheiße. Oh, merci beaucoup. Hab ich doch gerne, Inga. Oh, ich muss gerne fluchen. Na, ich glaub schon. Er ist Richtung Main-Building unterwegs. Ich bin jetzt ganz schön mit uns. Der hat mich noch nicht sagt. Die Klöder, ich werd grad verfolgt. Danke. Und Halmyn. Oh, so, so. Danke. Wieder meine Befummelung gratis. Oh, Jane. Oh, ja. Und wenn du jetzt zu jemandem rennst, ist das dein Todesurteil. Ich glaub, das ist auch ihr Todesurteil. Ich wollt grad sagen, na wenigstens trisswürt und dann nicht mehr hin, weil, wie, na ja. Fratze. Fratze. Ich hab da so ne Fratze hinter mir. Das ist ein Mr. S-Bahn. Bin dann ich. Tschüss. Das ist grad auch hier. Hilf. Lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter. Nee, so blind ist er nicht. Ich wollt die scheiß Palette umstoßen. Das geht nicht, wenn du hockst. So, ich bin sterben. Jetzt ist Kletter auch tot. Ja. Mach was anderes. Warf ich mich da heilen, oder? Nein, du machst jetzt was anderes. Oh Gott, dann blut ich einfach so leer. Das weiß ich, er kommt in deine Richtung. Yeah, blut für alle. Hey. 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 Oh, ich hab' sie ja da. Ja, weil du mir den Controller rübergereicht hast. Wieso letzter musste ich auch zweimal obwohl du mir den Controller rübergereicht hast. Wann dass du zweimal? Obwohl das eigentlich vor unfair war. Als er den Klauen mir rüber gereicht hatte, die Controller, durfte ich direkt dann auch noch mal mal was von mir ist ein arsch du musst du noch mal da haben wir wieder ich habe noch eine palette kraftlos gebe ich nicht auf ich habe eine und ich bin jetzt auch es ist ein wenigstens europa ja noch gar nicht draufgeguckt und wollen er den kopf hier ist ja gar nichts mehr okay Die Hübel, die du gewinnst, ist nichts mehr. Ich steil mich hier gerade, wenn du vorbei bist. Musst du noch kämpfen? Ja, ich muss noch kämpfen. Ja, er leidet mit mir. Lodo, das Spiel ist einfach nur präditioniert zum Sterben. Die Übelkreide, weil uns abgehängt wird und am Haken hängt, so wunderschön, bis wo ich sie wunderschöne Sefi. Er guckt nach dir auch. Und das ist die Jane. Dann wär mal Sefi, Jane, Jane, Sefi. Ich hab kein Herzklopfen mehr. Er wartet auch nur auf dich. Er kommt auch zu mir. Er ist da, ähm, auf der rechten Seite, am Ecke vom Hauptgebäude und erwartet da. Da hab ich zumindest grad gesehen. Jetzt seh ich ihn grad nicht mehr. Doch, er ist da noch. Kommt ihr jetzt zurück? Ich hab Dinge noch, die Linie zu. Ach, Yolo, wir sterben ja eh, ne? Irgendwann steht D da so, oder? Nee. Hiiii. Na du, auch hier? Der Blick... Höh? Na, wo waren die doofe Dinge, Jane? Ach, hier. So wie der Killer grad geguckt hat, so hat er bestimmt auch nach der S-Bahn geguckt. Guck dir das Gesicht vom Plan. Äh, daneben, Hillbilly, so wird das nichts. Halt durch, ich mach nen Gym. Ich bin beim End. Hu, das hätte eigentlich treffen müssen. Ja. Eigentlich. Okay, das war's jetzt, ja. Ich hab grad zu lang gewartet. Das war jetzt kurz vor Viertel vor knapp. Jod. Das wär jetzt mal gut. Jetzt hat er mich. Ja. War nett mit dir. Schade. Ah, die Fenster. Immer wieder, ey. Ja, der hätt mich so oder so getroffen, wie der war viel zu nahe, da wäre egal gewesen, ob das Fenster da ist oder nicht. Ja, ich lieg hier. Macht's dir was aus, wenn ich hier rumliege? Jane Buttigieg, er schafft mich nur an. Ja, ich mach. Komm denn durch. Höh? Bekommt die F-Bahn. Wir müssen wieder ne Bahn kochen. Ich wünschte, ich hätte jetzt Dingsons dabei. Was? Ein Zuggeräusch? Das wär so geil. Wups, da steht sie wieder. So, ich geh da mal. Ciao. Das war cool. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Er nimmt mich jetzt hoch. Komm ich nimm dich mal zur S-Bahn. Oh das wird englisch. Oh der hängt mich jetzt. Du wolltest gerade was sagen. Hier kommt richtig die Bahn. Das schaffst du jetzt nicht mehr. Die Ausgänge waren zu dicht beieinander. Wir sind überhaupt zu weit weg. Ja. Noch. Komm kann ich auch einmal die Luke finden bitte. Das war schön. Ich hab alles gegeben. Sogar mein Leben. Oh Gott ich vorhin gesehen hab ich weiß nicht wo. Die Luke ist hier irgendwo ich hab die gerade gehört. Ja die war doch irgendwo. Ich weiß nicht genau wo. Ich hab die nicht gesehen. Ich hab die auch nur gehört. Da nein noch nicht. Das war ne Tür. Die war irgendwo drinnen gewesen das weiß ich noch nicht. Ruhm kann sie nicht sein. Nein. Auch schon. Alter. Ja. Naja wie gesagt als letzter vom Killer weg zu kommen ist fast unglücklich. Ja. Weil du hast ja. Du bist ja unsere Glückstehle mit der Luke. Ah. Ah. Ich hab sie vorhin auch genug gehalten. Ja wie gesagt ich hab sie sie noch gesehen gehabt. Einmal kurzzeitig. Ich hab sie grad nur beim switch noch ein bisschen gehalten. Aber ich weiß auch nicht wo sie gewesen ist. Okay das waren offensichtlich keine Glücksahre. Ne die Haare bringen offensichtlich kein Glück. Na gut wir haben ja noch ein paar. Ja wir sind ja erst anderthalb Stunden. Ja über anderthalb Stunden dabei. Da sind wir dabei. Das ist prima. Viva die Sephia. Moment geht sofort weiter. Äh die 3. Sephie stirbt. Nur. Nur. Nur in Endgame. Ja das ist voll krass und so. Endgame ist ja quasi schon sowas wie Game Over. Endgame heißt eigentlich soviel wie. Tut mir leid sie sind zu spät. Ja. Also zumindest wenn du als letzter im Endgame bist ne. Weil Endgame geht ja auch wenn die Tore offen sind. Ja eben. Ding. 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 Das war das Windows Bildschirmschoner. Das Windows Bildschirmschoner. Das Bildschirmschoner. Wie ist aber diese DVD-Ding da? Das war Pong. Ne das heißt Pong. Es gab ein Ding. Es war ein HD-Definition-Ding. Ach dieser Flumi der da immer hin und her ist. Ding. 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 Versteht mir, ne? Ja. Jetzt hast du einen Heiligen-Schein. Jetzt muss ich nur noch Glück bringen. Ah ja. Ah. Okay. Hm. Äh. Ich nehme dich unter Liebe. Äh. Jetzt bräuchten wir Fahrstuhlmusik. Ja. Oh, Moment. Ich hab ja Fahrstuhlmusik. So geil. Das ist so geil. Du bist ja einfach, dass zu leise oder zu laut ist, ne? Das passt. Das passt. Ich hab ja auch. Es ist perfekt. Ich dachte, es ist nur richtig was anderes. Guck, wie die Katze kommt. Jetzt müssen wir gewinnen, komm. Wir haben Polizisten und Spiders. Guck, wie die Katze kommt. Jetzt müssen wir gewinnen, komm. Wir haben Polizisten und Spiders. Oh Gott, ist das süß. Was machen die da hinten? Die Volltrottel. Ja, das ist gut geschwiegen. Oh, Sefi, Sandball. Macht irgendwie gute Laune, Sefi. Macht irgendwie gute Laune. Daumen hoch. Dragon danced doch gerade eben. Ich wünschte, die Kämme haben. Ah, sie hat die Kämme nicht an. Sorry. Ah, die packt ja immer bei uns rum. Ich hab meine auch nicht. Das wäre gleich von der Katze angegriffen. Jetzt weiß ich Bescheid, ne? Das liegt aber auch daran, dass ich momentan nicht aufnehme. Das ist mir nicht geheuer. Wollt es mich auch? Lohnt sich nicht. Ich hab noch so viele Folgen. Ja, jetzt ist es noch mehr Folgen. Ja, aber Speicherplatz und so, ne? Ach, stimmt. Speicherplatz ist Mangelware. Oh, es ist wieder was mit Kettensäge. Ah. Oh. Heute haben wir irgendwie die Kettensäge gebucht. Die Spuktante, wenn wir mal wieder gucken. Es ist gespenst. Es ist gespenst. Es ist gespenst. Es ist gespenst. Oh, komm so. Nicht schon wieder ich. Vor allem nicht hier. Ja, wir drehen uns mal im Kreis um. Ja, wir drehen uns mal im Kreis um. Er will mich grad erwischen. Und ich drehe mich in andere Richtung. Und er dreht es. Oh, hier guck, es kommt doch gerade. Hi. Hallo. Hallo. UU. Uy. Oh. Das dreht er ab. Er erzähl das leider nicht. aber ich glaube er hasst mich ich bin stolz auf dich wie du mit ihm im kreis gelaufen bist ich mag die Musik und er auch danach werde ich wieder bluten jetzt gerade ist er bei mir wir haben noch zeit schon ich habe zwar noch nichts gemacht ich habe gerade ein bisschen mit ihm im kreis das mag er ganz toll das mag er ganz so macht dich gerade sehr stolz er hat mich in ruhe gelassen doch das ist schwierig ich glaube das ist noch ein anfänger ja das kann sein hallo ja ich bin ja fast schlecht gewesen tschüss 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 gesehen wenn er immer so ein leichter schenk nach oben ein meter aneinander vorbei im Kronfeld gerannt das ist mich echt heilen währenddessen in der Lebenung das funktioniert nicht hallo haben wir uns wieder gesehen okay ich habe nur zu kurz hat er einfach nur mich drüber gehangen und bist halt bisschen kleiner daneben Junge daneben jetzt möchtest du ihn geben manu hast ja irgendwie habe ich etwas falsches am Spiel verstanden ich sollte eigentlich so wenig Kills wie möglich du sollst keine Kills sammeln du sollst das ist das Gegenteil von Wolfenstein aber ich habe mich da abgelenkt das war auch sehr viel die Mütze ist so süß also mir bringt sie Glück und dir ich hatte Spaß mit dem Kilo wie war das Spaß mit dem Minder ah der was zu daumen hoch der ist ja auch gut kannst du nicht so dass er sich so ein bisschen getan hat ach nein sagen ihr euer Job gemacht habt da ist bevor ich glaube aber auch ein bisschen sollte ja so also der gender wo der in grad gestorben ist der ist auf 99 prozent ok ok 99 ja ich musste dann wirklich eine Sekunde ablassen ich hatte sie nicht gesehen wo er geht da gerade so wieder zurück hin hallo hallo hat er den getreten ist er nicht mehr bei 99 prozent hier ist die Luca und verschimmt wieso warei so jetzt ist er fertig oh Gott sind die Ausgänge dicht beieinander und hier ist auch direkt die Luke jetzt werde ich fast in den reingelaufen nein safe nicht sterben oh Gott nein hörst du auch freiwillig in den Kinner zu gehen da hast du echte Truhe vielleicht bist du ein Schlüssel bitte das ist doch nichts scheiße ich liege bei der Ferne die first time deine toten Augen machen sie mich so fundamental alles andere hä ich hab doch gewickelt wo du das nicht erkannt ich hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung seine toten Augen machen sie mich so und da hinten ist er ausgemacht dass er es ausgemacht hat hat er es ausgemacht oder nein es kommt ja beide das ist mir auch nicht geil du hast mir einen ausgemacht und einer abhinkt aber ja kommt er wieder her oh shit shit kakapiki was machst du ich mach das nein da kommt ich mach das ich hab grad nicht der letzte tja du 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 vors up ja genau rennen wir hinter den killer ja hibbi ist im ausgang ja süß raus dass man immer weiteren heil dich hoch und in die luke dies auf das hast du auch alle im back den hatten wir noch nie doch ich habe die ist nicht auf ok neben den anderen ausgang ja toll von der zeit her schaffst du es noch kann ich entwerden dass sie schlagen ja aber du kommst du bist ja sonst eh tot ich kann auch nicht mal wickeln ich komme doch nicht raus jung das ist so süß das geht nicht aber der ist so süß ja der ist echt süß aber du kommst nicht raus hier da war der wie so ein spanner hier kriegst du ein feuer wenn dann tötet dich eh die zeit geht zu ihm und guck mal ob er dich aufhebt wenn er dich lang genug fallen ist dann dann kommst du wieder runter ich kann mich ja nicht mal heilen nein aber du kommst von alleine runter wenn er dich fallen lässt du nicht wenn er dich fallen ist das geht nicht ich kann mich da lieber selber heilen das geht gar nichts im moment ja ja und er spielt leider nicht mit er müsste ich jetzt ein paar mal hochnehmen dann kommst du von alleine runter aber ich kann auch nicht mal wickeln nein das ist egal ob du wickelst jedes mal wenn er dich fallen lässt geht diese wickel leiste ein stück hoch dann kommst du irgendwann von alleine runter und dann hätte es zum anderen aufgang gehen können versuchen können der aufzumachen dass man sie da raus kannst da framing liegt es nicht als tod gelten lassen dies ja nur für den scheiß ich komme ich komm zu dieser ich komme zu dir plus leicht Ich werde für dich sterben, Boy. Das gibt's nicht, ey. Ja. Shit hems. Ah, jetzt. Mach mal das Süße. Pass auf, und wenn ich sterbe, kommt ein Last Unicorn. Oh, das war gut. Nein. Das kann Siffi ja bei sich irgendwo reinschneiden oder so. Da war's noch gepimpt. Wie ist das passiert zu mir? Ich will jetzt wissen, ob ich jetzt offiziell tot bin oder offiziell am Leben. Ja, das wird als tot gezählt. Also vom Spiel her, aber wenn ihr da Buch führt, dann sollte das eigentlich als entkommen ziehen, weil du bist über die Linie gegangen. Du bist aufgrund eines Bugs gestorben. Du bist aufgrund eines Bugs gestorben. Das zählen wir nicht. Das ist noch ein Attacken härter, als durchs Endgame zu sterben. Ja. Okay, wir zählen es als halbtot. Was? Nein, das würde ich auch nicht als halbtot sehen. Sie ist ja über die Linie gegangen. Ja, ich weiß. Hab ich ja gesagt. Das mit einem halbtot war auch nur ein Spaß. Das war ordentlich. Voll gemein, das Spiel. Ich war, ich hätte jetzt das erste Mal, hätte ich jetzt überlebt. Das erste Mal. Nee. Das Spiel sagt, Computer sagt nein. Computer sagt nein. Das bräuchtest du auch als Soundboard. Computer sagt nein. Voll gemobbt und so. Voll spiel gemobbt. Ja. Machst du das, Schatz? Ähm, ich bin grad was dran überlegen. Ausstattung. Wann ist denn das nächste, ähm, hier, Event wieder, also Blutpunkte-Event? Also eigentlich soll es bald wieder Doppelblutpunkte geben. Ja, weil... Es geht aber noch kein Termin dazu. Hm. Schade, würde ich gern wissen. Ich weiß es selbst auch, sonst würde ich dir sagen. Bestimmt, wenn der neue Kilo rauskommt. Na, glaube ich nicht mal. Meinst du? Hm. Also laut Entwickleraussagen ist es halt nicht so, dass man einfach noch einen Knopf drückt und das Doppelblutpunkt, der gibt erscheint wohl ein bisschen komplizierter zu sein. Naja, wir werden dann wieder unseren Spaß haben. Kann ich mit dem Blüchen? Jane? Hm? Wir fahren dann wieder mindestens eine Nacht durch, ne? Ja, mach mal. Sorry. Farming Simulator 2.0. Wir sterben mit, äh, ja, wir sterben und Sammelpunkte. Yay. Nur um dann noch weiter zu sterben. Yay. 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 Der Film Happy Birthday. Es wiederholt sich alles. Happy B-Day oder sowas. Happy B-Day oder sowas. Happy B-Day oder sowas. Oh, der Film war gut. Ja, den fand ich auch gut. Den zweiten Teil hab ich mir auch schon gut. Oh, ich fand, der ging. Da hab ich voll geholfen, wo sie die Mutter dir wohl sagen musste. Da hab ich gesagt so, äh. Du weißt ja, wenn ich verstehe. Obwohl. Nein, ich spoiler nicht. Ich bin liebens 40. Ich hol mir ja was zu trinken. Ja, ähm. Kirsche ist... Also, ich siehs. Empty. Es. Fuck. Wir bräuchten größere von den Dingern. Mhm. Oder wir müssen. Ich glaube, ich muss noch so ein paar Karaffen holen. Weil ihr was jetzt meins? Wo wir eine Gliese drin haben wollen, das mit Kolok für. Ja, ich wollte die Cola mal probieren. Ich glaube, ich muss noch ein paar Karaffen kaufen. Was da jetzt noch nichts rein? Weil ich will jetzt Wasser haben. Okay. So, alle anwesend? Ich bin da. Ich bin da. Ich auch nicht. Ich seh dich da stehen. Fingming. 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 Ich kann sie auch Ada nennen. Wenn die das rote Kleid, dann hat sie die aus wie Ada Wong. Hat sie aber nicht. Und einen nervösen Dwight. Ich weiß jetzt immer nervös. Habe ich nicht gehört? Dweitsspieler sind so eine Sache. Entweder sind es die Superhelden von heute oder es sind die absoluten Loves. Es gibt nur zwei Kategorien davon. Mehr nicht. Dwight, es ist ungesund an den Nägeln zu kauen. Ich glaube, es ist auch ungesund, hier am Haken gehangen zu werden. Vor allen Dingen, wie er gern die Nägel kaut und dich dann anguckt und dann erst in die Mitte an den überlegenden Blick. Dann guckt er nochmal, wird so leicht zu dir. Und dann guckt er... Ist es dir sicher? Und jetzt hat... Das passt. Jetzt hat Jane sich umgezogen auf einmal gegen den Blick zu Jane. Das sah aus. Okay, Jane, du willst die Jokerin übernehmen? Auf einmal, Jane trinkt heute ein dezentes Rot. Ein dunkles Weinrot? Ein dunkles Weinrot, was leuchtet wie... keine Ahnung. Ich will die tägliche Quest machen, ich sterbe eh mit ihr. Was ist denn deine Quest? Mit ihr entkommen. Ja. Und sie hat nichts. Keine Selbststellung. Gar nichts. Ach du, ich hatte schon mal mit Ace Ausgangstor öffnen auf Rang. Keine Ahnung, es war auf jeden Fall in den roten Rängen. Ich hatte mich, aber ich bin mit einem Perk rein und rausgegangen. Wow. Du bist aber auch gut. Ich hatte das Glück, ich hatte Teammates, die ordentlich gespielt haben, die sich die ganze Zeit um den Kinder gekümmert haben und ich hab die Jens durchgezogen. Ich hatte nicht eine Killer-Interaktion. Wow. Aber ich hab da so ein leichtes... Ja, wenn ich auch solche Mates hätte, rausgehört. Danke, ich geb immer mein Bestes. Ich würde euch gegen jeden Top-Spieler tauschen mit es geht. Wow. Nein, also, dass ich den Top-Spieler gegen euch eintausche, dass ich mit euch spiele statt den Top-Spieler. Ach so. Komm mal los, Eda Wong. Let's go. Ich mach ein ganzes Totem und lass los. Toll. Ich bin gespannt, was es ist. Ich tippe auf Gespenst. Ha! Da ist er schon. Ich hab ein Dwight am Pro. Iiii. Ha! Senpai, warte, ich komme! Senpai, ich hab grad gesehen, wie du hier lang gegangen bist. Senpai? Du bist nicht Senpai. Nein, ich hab Hmm. Danke, Senpai. Danke, Senpai, hinter euch. Das gibt's nicht mehr. Du bist du nicht mehr. Ja, Senpai. Mit Feuer hat euch! So. ��. Tschö. Na, da. Ja, ver authentic. Das hat mich nicht gesehen, aber das… auf der seite bei der killeute die kille ist die blechhütte schön abgewischt hier ist auch nichts außer meine liebe die bringt mich leider nicht weiter ich sehe bald gibt es wieder ekeltorten hast du hast du gerade den am fuhr nein nein doch wieso bist du nicht die schön diese fenster gesprungen wieso bist du damit wenn er nachher nicht wiegeln kannst er hat mich geschlagen und abgelassen es macht dann wieder einer aufgespießt schinken der hat hier doch bestimmt spiel mit deinem essen kriegt dann jedes mal wenn er eine verfolgung verliert kriegt er einen token und für jeden token ist dann glaube ich ich hatte da ist dann schneller meierst du rest um den falschen block rum okay ich sitze hier und jagt er die ganze zeit sich selbst in dem blog auch geil ich bin dran ich kann mir das die merken wer von euch beiden spielen ich konnte mich holen dann dürftest du es eigentlich nicht mehr haben sie wollen zu jämmerlich das ganze laut ich bin schon nein ich bin am weg weil ich habe ich habe jemand hinter mir du bist auf der anderen seite der map das schaffst du zeitlich gar nicht mehr da ist ein paar minuten eher los müssen das wirklich noch für mich knapp hat wieder losgelassen von mir wahrscheinlich war jetzt hinter mir das war sprint muss sei dank ich will ich hätte jetzt gar nicht gut aber das so lange nicht euer kind kriege von der männer und hier ist mir alles recht nie wieder macht ihn schön als erstes dann bist du daneben ja direkt abwände klärt gerade bei mir ich warte noch ein bisschen moment werde überraschen er ist doch bei der killerhütte ich krieg eine herzkloppe und leiste herzklabaster höchstens ja bevor ich mich mal gibt es keine einfach schön das ist auch noch ein anfänger warum wollen wir doch alle noch leben nein weil er der selten gesenkt spielt der fällt auf jena auf jeden anfängertrick der rein ich bin nicht so der mayers fan ich hab mein t-shirt das ist ein phoenix drauf der muskel muss noch aufpassen dass meier ist eigentlich kein problem ich bin ja auch bei ihr in der nähe sagen wir wenn er abzieht ja du kannst ja treffer verkraften im gegensatz zu jana ja ich bin ja auch bei ihr in der nähe sagen wir wenn er abzieht ja du kannst ja treffer verkraften im der ist weg ich hab er hat es kloppen also bei mir so nicht jetzt geht der ist weg jetzt geht der ist weg bin da wer noch das ist jetzt gerade bei leute noch ist aber ja keine leute er ist immer noch da mich ich muss überleben ja ich bin dabei ich arbeite dran er kommt jetzt auf die andere seite hat eine aufgepasst wo die chance gemacht wurden ich bin allein dran ist was fertig und er kommt wieder hier hin dann leckte doch herrkiller lecken sie sie dürfen nicht machen warum galt er sich nicht auf stupe 3 auf jetzt hat er sich heute aufgegeilt jen ist fertig nein der banken war voll jen 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 geh an den ähh mach weiter ja nein der ist jetzt bei uns beiden hier bei dra These und mir der wird fertig geworden scheiße Er kann Morin? Ja, da hast du Morin reingeschmissen. Ich bin weg. Hat er dich schon aufgehangen einmal? Nein. Dann kann er dich nicht morin. Doch. Doch, da kann ich jetzt morin. Und ich kann euch nicht bitten, weil er schon drei ist. Er kommt direkt auf dich zurück. Er kommt auf dich zu. Bin hier nicht. Also. Was wird das denn jetzt? Na komm, häng mich auf. Los, häng mich auf. Wer endet auf KittyCut? Ja. Achso. Na komm, häng mich auf. Kinder, fluide... Der Schneckensimulator. Schneckengruppe, ich bin hinter dir. Was? Du bist hinter mir? Ja. Kann man das nicht mehr? Ah, hi. Oh nein. Oh ja, steck mir der Gruppe mit. Oh ja, ja. Was? Ich hab zugeguckt. Sollte ich vielleicht bei den nächsten Schlafaktionen von uns beiden und ein Messer mitnehmen? Nein, lass mal. Oh ja, Baby, komm. Ja, mich kann man nicht, Morin. Ja, ist das so fein geworden. Nochmal, komm. Ja. Oh. Dafür, dass ich rot war, bin ich aber ziemlich spät gestoppt. Ich glaub, der hat sich das extra aufbogen, der Arsch. Na gut, er hat am Ende alle gekriegt, von daher kann man nicht sagen, dass es dumm war. Aber an sich war schon ziemlich nur in der Deutschen Air kriegen können. Ich bin mal so dicht kurz vorm Ende. äimo dieBythe Menken ne voy całe wir sterben alle und von daher am Ende aber ich bin Evil hat gespürt du könntest vielleicht zählen wir zuerst stirbt das macht glaube ich mehr sinn eigentlich nicht besonderes der hat sich das tatsächlich zum schluss aufer nur aufgehoben heim tückisch schlampige schlachter und das beste kommt zum schluss wieso haltet ihr denn insidious dabei es macht überhaupt keinen sinn stehst du war sein drittes block ist das steht wenn er dann für eine zeit still steht er da kein terrorrat ist man kein rotes licht mehr was bei meyers irgendwie total wenig sinn macht damit hat er mich aber ich habe jetzt mich umgeguckt habe dann von der seite oder nähe doch herz klopfen hatte ich kurz beim generator aber dann war schon so dichter da gibt es ein cooles bild für hofer da gibt mir mit heim tückisch und damit war ich nicht dass das camper denkst du machst du zuerst überladen lässt sich zuerst alle glauben dass du mit überladen einfach nur die chance trifft und dann bleibst du bei einem in der ecke stehen war es bis sie wieder kommen und dann wo und da macht schätzt du die alle mit ihrer mit der kettensäge das ist so geil erinnere mich an der situation sehe ich glaubte wir fahren ja erinnere mich nicht an diese dunkelzeit wo ich doch auf dich gehört habe er hat auch erst so wer hat erst den anschein gemacht so nahmott werden ich den ratoren machen lassen dass dies mich machen lassen wird alles machen lassen dann wurde so hinterfassigen so ja er hat uns alle die ersten die geschoben sind da so lange alles machen lassen und er hat sich einfach reingelegt regen da habe ich auch gemerkt es geht nicht darum kill zu sammeln ach das ist ja die ansicht sachen wir zusammen hätten sogar schon mehr ich weiß werden acht insgesamt ja nur weil wir uns abwechseln das ist ja nicht so eine schöne pump kann wie im wolfenstein ich sehe das positiv ich bin die beste sterben ich würde gerne weniger sterben ja das werden dann ja kann ich was dafür dass ihr so schnell sterben das ist ein teamwork spiel hier so ein tut kann ich wegen trinken ich meine ich will überleben aber da müsst ihr mir schon ein bisschen entgegen kommen du bist so gut weißt du ja so kein entgegen kommen musst du dir noch steine in den weg nehmen ja guck mal ich habe vier tode das nennst du doch nicht gut oder normalerweise spiel ich auch besser jetzt schon geht es was du spielst du wie immer das ist gut ja jetzt mal ein bisschen ausgang öfter gesehen er siehst du jetzt aber nicht also spiel zu bei laufen heißt nicht öfter sehen nur weil du den markt beim ausgang vorbei läuft ich glaube ich habe ausgang vorbei ihr nehmen die ganzen jams ausgang vor allem fand ich das gerade sehr skurril das hätte man klippen müssen generator war voll aber ging nicht an ne war aber nur 90 prozent das ist ganz normal und weißt du er schlägt von 1 liter und ich mach den schirm noch kurz fertig und renn weg vor allem hat er sich die ganze zeit auf diesen schlender beharrt naja würde ich auch machen wenn ich weiß dass daran gearbeitet wird es nur drei auf der karte gibt das ist jetzt nicht unbedingt eine raketenwissenschaft herauszufinden wo sind die survivor das war mir mein tschutzpultet das war mir mein tschutzpultet das gibt nur in das ist es ist das es ist der geist also bis jetzt hat er nichts gemacht er schon einfach am fenster ist wieder weggegangen ja guckte sie guckt mich an mit riesengroßen knopfaugen wir haben jetzt problemlos fertig gemacht obwohl er da war der sie abgehauen ich meine ich kann mich gerade auch geirrt haben und das war die die vom feuer dieses frisseln aber das war halt am fenster also sahen wir schon sehr nach geist aus vielleicht ist es ja kann auch sein dass es ein dieper geist ist zumindest erklären warum wir uns da gerade so einfach die jan hat machen lassen ich meine der hat ja nicht mal versucht uns aufzuhalten er hat uns so angekommen ist gegangen das heißt dann schätze uns noch alle nieder also die pipper geister sind eigentlich die von killern wenn die kille halt die pippen wollen nehmen die halt den geist stellen sich halt irgendwo in der ecke wo sie unsichtbar sind lassen diese weil wir ihr spiel machen und abhauen ich empfehle totems zu machen wir brauchen die punkte das kann sich die kiste mal ein bisschen leise aufmachen und wenn ihr ganz geblieft seid dann versucht ihr beim ruin immer dass nie das den richtigen guten und wenn ihr ganz geblieft seid dann versucht ihr beim ruin immer dass nie das den richtigen guten zu kriegen über die normalen fähigkeiten dass er denn immer ein bisschen zurückgeht da hat die länger was vom gen da war länger spaß dran wenn du kannst ja sucht totem ja also du musst versuchen alles zu tun damit du punkte kriegst weil uns fehlen die killer punkte wird ja keiner angehittet oder so ich hab's ruin gefunden geil im main building ist ein gelbes medikett ja jane was ist da hinten bei dir umgerannt die eine da ach so ich wollte schon sagen die ist ein bisschen auch ein kilo der geist ist ja ich kann mal weg also das ist ja jetzt mal eher eine entspannte runde der hölle kommt aber nicht nach alles gut danke für die geben ich hatte in der vorherigen kiste eine grüne habe jetzt auch ein item auszubringen das kiste passt das ja wäre toll wenn ich beides jetzt so ist er schon am jam ich bin noch nicht am jam mhm kalt rennt hier ausrumm gerade guttag mal zeit da ging in der gegend ist nichts habe ich schon geguckt ja ich guck das mal einfach mal abschicken und ich laufe 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 im sause schritt und sie kooperations punkte da geist kommt da geht auch wieder ja ja der ist so kurz gleiche lang schlavenzelt ich habe ihn noch nicht einmal gesehen der wollte wahrscheinlich nur kurz gucken was wir machen der war nur neugierig wir müssen am ende nur alle morgen wahrscheinlich ich bin zu kurz noch vor die Kiste machen ich bin gerade schon mit Bescheid den Ausgang aufzumachen er kennt mich nur den anderen Ausgang das kannst du ihn aufmachen gibt noch Punkte ich bin da schon mit Bescheid den Ausgang aufzumachen ich renne mal los tschüss bald ich wirst Eiji ich habe den jetzt nicht ein einziges Mal gesehen Ja, ich bin draußen! Juhu, mein erstes Überleben! Das erste Mal bist du auch rausgekommen mit dem Bot. Dann bin ich doch nicht so scheiße! Ja, der will die Pippen. Jo, gerade noch so eine Pipp bekommen. Krieg! Wühlst du's bitte? Oh, schattelt? Okay. Was war der Geist? Na, die Pippe. Ja. Ich mag den voll. Oh Gott, ist der voll süß! Wahrscheinlich hast du den Geist mit dem Gespenstgreif verwechselt. Ich finde die Namensgebung auch sehr verwirrend. Nächstes Mal sagen wir einfach die mit dem Arm. Ja, also das Gespenst, die Blaue nennen wir auch immer Schlumpfine. Achso. Damit es da keine Verwirrung gibt. Die anderen nennen wir einfach Mr. Spocky. Äh, Mrs. Spocky. Die Einladungen sind schon raus. Ja, ich hab schon angenommen. So. Nee, ich hab keine bekommen. Der ist jetzt hier völlig gestorben. Ja, ich hab aber eine. Habt ihr nur geschickt? Da ist noch eine. Steht doch gleich 15. Die Ding, die Ding, die Ding, die Ding, die Ding. Breitbeinig hinsetzen, das ist schön. Ist die angekommen? Ja. Gut. Ja. 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 Oh, es ist so heiß, ja. In uns hat es gerade angefangen zu blitzen, die ganze Zeit. Ja, aber irgendwie kein Regen. Es war nur einfach so ein Wärmegewitter. Ja. Nur Blitze. Nennt sich Wärmeampeln. Kannst du nicht abschlammern? Oder abschnuppern? Die riecht nicht besonders. Was? Sie war gerade im Badezimmer und hat mich angemiaut. Wieso das denn? Keine Ahnung. Nicht leckerchen. Weil sie es kann. Weil sie es kann. Wie? Mama, ich bin bereit für dich. Mama will ich kuscheln. Oh, den Kabel bin ich sicher. Ich geh wieder an den Todesstern. Jetzt räumen wir wieder Fahrstuhlmusik. Oh, lights look on the bright side of life. Fahrstuhlmusik. Achso, Fahrstuhlmusik. Sag doch was. Machen wir doch mal eben. Entschuldigung, ich habe gerade was gelesen. Mach nix. Oh Jane, du bist aber mutig. Hast du Bock den Killer zu joken? Nein, nicht wirklich. Sie will joggen gehen. Was willst du, Jane? Vorher hat es mir recht lange gedauert. gemacht. Vielleicht will sie halt joggen gehen. Ich versuch mal andere, äh, eine andere. Vielleicht ist, vielleicht ist Stathen ja einfach nicht so dein Ding. Vielleicht bist du einfach der Trueker. Das gibt's ja auch. Das macht Spaß, wenn du mich nicht lebst. Wolltest du lernen zu laufen? Vor allem die haben sie sich aber total synchron. Tja. Erwähnte ich, dass Toxic Macs öfter so rumlaufen? Nein. Sie laufen öfter so rum. Also kann sein, dass wir ein paar mal gedocht werden. Auf und hochgetrennt. Ja. Der Killer hatte keine Lust auf den Toxic Mac. Ich jetzt? Hm. Sag's mir. Sag's mir jetzt. Hab's ja gerade erwähnt. Ich hab gesagt. Ich muss sie vormachen. Aber hey, ich krieg mit Toxic Nears ja auch Lobbys. Also von daher ist das eigentlich egal. Jetzt hab ich einen Euro. Heute Abend schlaf ich mit Fahrstuhlmusik im Kopf rein. Und ich bin mit Toxic. Ich bin mit Toxic und der Knutschkugel schwulen. Was? Knutschkugel? Die perfekte Wartemusik, sowas hätten die vorher einbauen sollen. Nächster Stock, Herren-und-Darmunterwäsche. Ich kann bald nicht mehr nach unsere Tote zählen, weil mein Handy ist da. Vierter Stock. Killerabteilung. Schlachtermesser, Küchenmesser, DUT. Fünfter Stock. Denken Sie an die rostigen Knochensägen. Nächster Stock, die Bar. Perfekte Wartemusik, jede angehende Nase. Ich wollte gar nicht sagen. Das wäre schon so. Heute, Totem to go. Möchten Sie die Knochen Ihrer Opfer auch nahtlos absägen können, dann brauchen Sie diese abgerostete Knochensäge. Die geht durch die Knochen wie durch Butter. Oh, wow. Das geht wirklich. Bei weiteren Fragen üben Sie sich bitte an unser Personal. Vielen Dank. Da muss ich gleich zuschlagen. Wo ist meine EZ-Karte? Die Eltern des kleinen Ghostface möchten bitte zum Bällebad kommen. Die Eltern des kleinen Ghostface möchten bitte zum Bällebad kommen. Sein Ghostface möchte von seinen Eltern abgeholt werden. Da haben wir die Security. Freddy zerschießt schon wieder die Bälle im Bällebad. Das wäre das Security. Wir haben ein Code 6. Security, ein Code 6. An alle Twides denken Sie daran. Unsere Spinde sind nicht zum Reinklettern. Bevor Sie einen Spind kaufen, überprüfen Sie bitte, ob ein Dwight sich darin befindet. Unser heutiges Schrankmodell Dwight. Kaufen Sie jetzt auch. Unser Sonderangebot. Ich sehe ich schade. Dazu gibt es die Medizintasche Claudette in stylischem Schwarz. Meine Damen und Herren, wir schließen in 10 Minuten. Bitte verlassen Sie den Laden. Was? Wo Dragon bereits 10 Mal abgeholt wurde, leider war das Personal beim 11. Mal nicht mehr im Bälleparadies. Bei mir auch. Hi. Schmeiß wir uns mal ran. Ja. Wenn der Killer kommt dann auch ganz schnell weg. Ja. Also ich kann die Tode nicht mal zählen, ne? Ich meine Handy schwer. Kein Problem. Kein Ruin. Kein Ruin. Hab ich mich erschrocken? Ja schau, ich hab das jetzt echt nicht gesehen. Nur weil es ein Ruin gibt, ist es so lange kein Gott in Jack knallen zu lassen. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Handschuh ist. Okay. Sieh, okay, da geht's hin. Oh, es ist die E-Karte. Passt auf, wie wir die Gents machen. Mhm. Ja, das seh ich jetzt auch grad. Das hat ne Mauroformationen. Die Huntress ist gerade auf der Seite mit dem Main Building. Mhm. Jane, wo bist du? Ich bin beim Traktor. Und beim Oscar. Ja. Ich hol sie. Oh, es war ein bisschen spät. Scheiße. Äh. Mädel, ich bin ja da. Nein, die ist weg, aber ich hol sie grad. Ach so. Uh. Der hat ein Skateboard auf dem Rücken. Ja. Sie muss in der Nähe der Blechelte sein. Ja. Ja, ich glaub, ich hab hier Ruin. Nice. Ich krieg hier nämlich gerade ab, nochmal viele Skillchecks. Ja, das wird sich gleich bessern. Sollte es gewesen sein. Nee. Nein? Mhm. Und auch war ihr Ruin. Aber mir wird immer noch angezeigt, dass es ein Fluchtotum gibt. Dann wird es irgendwo noch eins geben. Das ist dann entweder, ähm, ne, hier, das, das müsste Huntress-Low dabei sein. Weil, ähm, hier, der andere Perr kann es nicht sein. Das wäre dir angezeigt worden, wenn du dich an das Totum gesetzt hättest. Okay. Und ich, und ich hätte keine Benachrichtigung, dass ich noch, äh, eins drauf hab. Hm. Okay, kurios. Sie ist beim gelben Bagger auf der Seite vom, äh, vom Main-Building. Hallo. Bin wieder da. Das Spiel hatten wir doch gar nicht. Ja, beim gelben Bagger ist die Palette. Gut. Jetzt ist es weg. Bist du schon unten? Jo, ist schon unten. Alles klar. Vorsicht, der kommt wieder. Ja, da kannst du rüberschmeißen. Ja, da kannst du rüberschmeißen. Ja, da kannst du nicht. Nee. Nein. Lass mich doch. Lass mich doch. Lass mich jetzt auch Traktor fahren. Lass mich Traktor fahren. Wir sind an der Blechhütte. Wir sind hier bei den Jan. Alles klar. Da kommen wir von der Krankenwagen. Durch alten Jan. Also, wir haben jetzt noch einen hier beim Main-Building. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wir sitzen hier zu zweit an denen ihr beide Blechhütte. Vorsicht, siehst du euch auf dem Weg. Okay. Ich wollte mich eigentlich zuerst zahlen, aber bevor der Controller schnapp macht. Ja, danke. Ich heil dich. Hat dein Controller vielleicht Altersschwäche? Ja. 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 Da kommst du nicht. Ah, ich bin hier. Renn dir doch nicht in die Flinte. Ich versuche mich hier für dich zu opfern. Geil. Lauf, Jane, lauf. Lauf. Sie ist hier nach dir her. Du kannst das, Jane, du kannst das. Ich hab die Axt schon gehört. Sie holt mich, sie holt mich, alles gut. Ich hab die Axt verfliegen sind. Alles gut. Vorsicht, siehst du in deine Richtung unterwegs. Ich hab ein kleines Barbecue. Ich hol die Sipi. Ah, okay. Bist du hinten auf der anderen Seite oder bist du hier vorne? Ja. Ich bin hinten auf der anderen Seite. Dann bleib da. Ich werd geholt, ich werd geholt. Geh wieder in deinen Gen. Okay, 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 okay. Oh, Scheiße. Nein! Nein! Nee. Diese Jacke bringt mir kein Glück. Nee. Hm, glaub ich dann langsam auch so. Ah, Kacke. Ah, jetzt ist aber... Hallo! Nee. Frohes Neues. Sie ist noch auf unserer Seite. Okay. Ich hab nervös und schon noch. Ja, zieh durch. Äh, würde ich gern, aber da kommt was angeschlichen. Hä, du bist doch auf der Seite mit der Garage oder nicht? Äh, Blechhütte. Nee, die ist bei der Blechhütte jetzt. Okay, wie ist die denn dahin gekommen? Ich bin hier in der Mitte. Ich hätte das eigentlich mitkriegen müssen. Sie ist auch in der Blechhütte. Und guckt sich darum. Ist das auch die richtige Blechhütte? Ja, da auch wo der Keller ist. Okay. Hä? Wie ist die so schnell dahin gekommen, dass wir die eigentlich mitkriegen müssen? Vielleicht ist ja Houdini und hat's nicht gesagt. Ich bin hier in der Mitte. Ja, die sind da, wo ich da auskriege. Und wie ist das auch? Ich bin hier in der Mitte. die kommen wieder zu mir okay dann wird es jetzt dahin gehen tritt meinen jen runde getreten hat die auf dem weg wenn ich das richtig gesehen habe sind bei dir zwei chance ich glaube gerade kam nach zu flogen nördkiller bei die plüten oder von ihr zu tun karl soll es auch nicht mehr zu beleidigen ich habe auch Gefühle Oh Hättest du Arthralien? Hätt ich mal Hab's aber nicht Dann wär's jetzt vor ihrer Nase aufgestanden Das ist cool Äh, warte, 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 sie kämmt hier Ja, ja, sie hat mich wahrscheinlich gesehen Ja, sie hat mich gesehen Ja, 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 ja Die anderen kommen zu mir Geh raus, sieht niemanden dritten Tod Die anderen sind immer noch bei mir Kommt grad zu mir Ich soll rausgehen dann? Wenn ich's schaffen sollte? Ja, ja, ja Die haut uns doch mit Einschlag Ja, ja, ja... Ich hab's spiel Ja, ja, ja Und wie geht's das? Ich hab's zu mir viel spaß ich hoffe dass die fachs dick was machst du denn die ganze zeit ich versuche den ganzen scheiß zu klippen alter lachs so ich bin dann tot und die eine ist noch bei dir ja aber die huntress auch ich bin hier direkt am ausdrehen es gibt keinen grönen für die huntress hier weg zu gehen ok wenn die nia irgendwas macht da sollte sie rausrennen sie versucht ja das war mir klar ich hab dich nia ich hab dich ich hab schon geschrieben jetzt bin ich auch mein komm die pia jain total wie schön sie hängt mich ab und ich mache dann auch fleisch schütt weil ich geliehene zeit habe auch geil warum schon die runde gegen die huntress wenn das weitergeht dann gleich wieder an als ich will nicht rank einspielen da kriegt man immer so wenig killer ja ich bin gespannt ob die dm noch schafft heute noch vielleicht klappt es ja nicht mal ich habe keine eindeutung ich habe noch keine lobby auf gemacht so schnell bin ich nicht die frau ist doch kein die zug so alt bist du nur ich bin älter als in älter als meine kaninchen aber die dinger sind es auch gerade haarscharf an mir vorbeigeflogen also ich habe mich schon tot gesehen musst du nicht machen ist gut möchte noch ein werkzeug haben oder irgendwas auch nichts gutes mehr im blut netten nutzt viel zu wenig entschuldigung ich muss nebenbei spielen und wenn man zu viel benutzt ist es auch langweilig ich gebe auf toilette lasst mal auf das passt ich habe echt heute abend ohrwurm Soll ich jetzt gleich weg ist, weil ich kann ja nicht so öffnen. Ah ne, dann lass. Jetzt habe ich den ganzen Tag verpasst. Ich habe jetzt die ganze Zeit versucht, einen Clip zu erstellen. Uner Erfolg. Na ja. Kann nicht immer gut gehen. Vor allem ist es schwierig. Die Musik hätte nie bei der Materie eigentlich schon müssen. Kann ich es mal auf den Androm annehmen. Ich finde es sehr gut so. Äh, das ist ein guter Ohr. Weißt du, wo die Musik herkommt? Hm? Five Nights at Freddy's Six. Ja. Das war so ein Pizzeriasimulator. Okay. Das war nämlich voll der Troll-Woof, der das als Pizzeriasimulator veröffentlicht. Und alle dachten, das wäre ein Fan-Game. Und dann haben sie während des Spiels gemerkt, oh, das ist ja Five Nights at Freddy's Six. Aha. Also so typisch für den Entwickler, der Trollt immer. So eine Musik hätte es bei Outlast geben müssen beim Fahrstuhl. Und dann kommt das edelhafte Zoom-Monster. Was denn? Spiel du mal mit Brille, Johan. Was denn? Resident Evil 7 mit VR? Ja, das wird erstmal nur mit Oro. Wollen wir es betubschen? Nein. Warte, wir haben ganz große Röglein. Die ganze kriegt wieder Knochen-Auge. Ja. Ich bin ganz viel müde. Und es geht los. Wollen wir jetzt gar mal in. Zephi gespawnt. Oh, es ist wieder die... Hi, Zephi. Ja. Ist ja der Generator, Zephi. Ist sogar der beste, den wir anfangs machen können. Oh, das ist kein Ruin. So, Ruin. Nee. Scheiße, Troll. Da passt es. Kein Ruin. N-n. Ich bin so ein Ruin. Eigentlich müsste er sich jetzt auf unserem Weg sein. Da, kommt. Go Space. Go Space? Er ist wieder daaaaaa. Ich hab keine Ahnung wie ich den zu spielen habe. Es ist eine Mischung, was wir ändern, Freddy. Meiers, nicht Freddy. Äh, Meiers. Entschuldigung. Er kann dich halt eine gewisse Zeit lang stalken und dann kann er dich halt für 20 Sekunden, glaube ich, mit einem Schlag legen. Scheiße. Da muss ich die Fähigkeit wieder aufhören. Du kannst das aber deaktivieren, indem du ihn einfach anguckst. Okay. Er weiß dann halt aber auch nur, wo du bist. Musst du auch dran denken. Und die Sekretärin ist die besessenheit. Hm. Noch ist er hier bei uns. Und halt, was auch wichtig ist, wenn er dich stalkt, bist nur du gefällt, nicht die anderen. Okay. Ich hab mal nie gegen den gespielt, aber... Also im Prinzip, wenn du die gleichen Regeln wie gegen Meiers und Demander anwendest, dann kommst du gegen den gut klar. Okay. Nee. Einfach immer gut umgucken. Hm, das ist, wenn der in die Nähe einen legt, dann kannst du nicht an die Generatoren. Okay. Gut, genau. Naja, und wenn du, ähm, wenn er diesen Perk hat, den ich meine, den er hat, wenn er einen hochnimmt, werden die Gents an denen nicht gearbeitet blockiert und er sieht dann halt, welche blockiert sind und welche nicht. Ja. Scheiße. Ja. Ja. Also ich, ich finde, ich persönlich finde Meiers immer noch besser als, äh, Stealthkiller. Okay. Okay. Ich meine, das ist, ist, ist auch vielleicht ein bisschen Geschmackssache, ne? Okay, ich finde es nur, ähm, weil er gerade die Eigenschaften von Amanda und Ghostface hat. Äh, Amanda und, äh, Meiers. Ja, aber Meiers hat immer noch den Vorteil, dass sein Stalkmeter für alle zählt. Shit, ne, komm. Da lang, Mädel! Und vor allen Dingen, ähm, die Zeit, die er hat, um eins zu legen, wenn du eine Palette zur Verfügung hast, kannst du den da eh, ganz easy aussitzen. Da werden ja schon mal gute Runden gegen... Ja, die andere hat jetzt gerade Jane gekillt. Wow. Die andere? Ja, äh, die andere Clodetta, weil genau in dem Moment, wo ich sie abhängen wollte, kamen da die andere um die Ecke. Und dann hat der Controller versagt. I'm okay. Jo. Bin back. Willkommen zurück. Do do don. Do do don. Do 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 do. Alter. ich habe es gerade geschafft zu entkommen kannst du abhängen alter das war ich glaube meine einst hast du dauerst also schwäche in der aktuelle killer du kannst ja mal gucken ob wir es vielleicht in tastatur umlegen kannst du was du nicht die probleme auf dem controller ist groß das ist die wird er war auf dem anderen knopf legt vielleicht etwas ich bin auf der anderen seite der karte ich mache den jenner fettig so 140 euro gespart lach 140 gespart vorbei soll der gute mal ein bisschen laufen der ist bei ihr der kennt der liebe hast du den 140 euro gespart sie hat geliehene zeit das hat gefuchtet wir bauen uns aus alten teilen selbst ein soundboard das war jetzt ein bisschen weiter weg ja die hitboxen sind hier sowieso verpackt ok schenk Gehst du? Ne, ich kann es eigentlich hängen. Ich glaube, Chantel stimmt nicht hängen. Glaube ich auch zuerst. Ist er noch bei dir? Nein, ich glaube nicht, aber... Er ist später noch. Ist er heute weg, aber er ist eigentlich kein Camp mehr. Eigentlich sind die alle Camp-Killer. Die andere müsste jetzt eigentlich auch... Ah, heiße ich nicht. Hi, lauf! Ich bin dabei. Ich bin dabei! Klar. Heil dich. Ja, warte. Okay, wenn man sich aus selbstgebauten Teilen ein Sound-Pod zusammenbauen kann... Oh, sie ist runtergekommen. Sehr gut. Ich könnte das nicht. Da liegt sie wieder. Die müsste jetzt tot sein. Ja. Oh, ich habe die Luke gefunden. Gut. Dummerweise hat er die auch gesehen. Er hat sie auch? Ja. Mhm. Okay, tschau. Absicht. Flure Absicht. Sefi komm nicht hinterher geh zur Luke zurück! Scheiße, er lässt mich liegen. Das schaff ich nicht. Ne, er lässt mich liegen. Ja, dein Plan war schon gut, aber... Ne, er kann die Luke schneller zu machen, als ich reinspringen kann. Okay, auch ein bisschen blöd, ne? Und das doof ist, so schnell du stirbst du auch nicht. Shit. Ich wollte dich nicht angucken, Mister! Es war ein Versehen! Ich wusste nicht, dass sie schüchtern sind! Ich wollte das doch nicht! Tut mir doch leid! Das war gut! Hast du dich irgendwann aufs Flo gehen erwischt, oder was? Ich glaub auch! Oh, okay! Ich wollte sie doch nicht anstarren! Es tut mir leid! Es war ein Versehen! Ich hab sie nicht mal richtig angeguckt! Es war aus dem Augenwinkel! Das stimmt sogar! Das stimmt sogar! Und hier sehen sie eine gendaphluide Schnecke! Ich hab's doch nicht voll vergessen, ne? Du bist ja schon fast an der anderen in der Karte wieder! Ich bin hier nicht! Ich bin hier nicht! Was sind wir auf, dafür zu suchen? Ich bin hier nicht! Nein! Böse Sefi, nicht angucken, nicht angucken, nicht angucken, dies ist böse. Wir geben der Sefi demnächst für den Killer Scheuklappen. Nicht den Killer angucken, Sefi. Ich kann mir das jetzt so vorstellen, wie ein Auge immer so Richtung Killer wandert. Kat, bist du vorgeheilt? Ja, aber ich bin drückt hier bei dem... Hi! Lauf! Nein, lauf weiter! Was machst du? Du hast wieder aufersterben. Ich hab dich auch geeilt. Ich meine, Sefi, wie ist du? Kat, dein Limit. Äh, Junge, ich bin da nicht mehr. Weiß er das auch? Ja scheiterlich! Soll ich mich rein oder soll ich Generator wandern? Ähm, ähm, keine Ahnung! Mach was aus deinem Leben! Was du machst, ist mir egal! Killebetäubung schockt, Max. Also du nimmst jetzt so ein Knüppel und hastest den Killer über den Kopf. Ich bin hier nicht... Nein, nicht angucken! Nicht angucken, Sefi! Nicht den Killer angucken! Weg! Nicht angucken! Nicht angucken! Nicht angucken! Du kannst alles machen! Aber nicht den Killer angucken! Oh! Das war verschwacht! Bin da nicht! Generator ist fertig! Nice! Das ist jetzt echt gespannend! Scheiße! Alter, da mehr her! Scheiße! Scheiße! Da war die Luge! Okay! Ja, der weiß schon längst, wo die Luge ist. Ich bin doch schon dreimal mit ihm drüber gelaufen! Okay! Ja! Ja! Ich versuch mich gar vor ihm zu verstecken! Scheiße! Erb mich! Eine Stunde später! Cat liegt da ausgeblutet! Was soll das denn? Naja, doch diesen Perk, dass er weiß, dass ich da liege! Oder das ist ja im Gen war! Ja! Hä? Er benutzt mich als Kröner! Sei vorsichtig! Sag bescheid, wenn er weg geht! Der läuft ganz einfach bei mir herum! Außerdem werde ich gleich so gesuchtet sein! Also passt das schon! Ausbluten! Geh von der Luge weg! Ich versuche es! Wenn du ausblutest, geht die Luge sofort auf, wenn du tot bist! Ich komme mit meinem letzten Park-Kraftsreserven noch hier weg! Hi Sifi! Ciao Sifi! Vorsicht, der ist genau da hinten! Ich glaube, der kennt gerade eben! Ich bin tot! Der kennt gerade glaube ich den Loop Park! Ja! Wollen wir jetzt hier rumloopen, bis die... Ach, hier sind keine Paletten mehr! Hier ist gar nichts mehr! Hey, guck mal! Das sind noch Haare! Guck mal, das sind noch Haare! Guck mal, das sind noch Haare! Was war das denn? Wie bin ich denn der gerade runtergefallen? Ich habe keine Ahnung! Hi! Hängst du mich jetzt? Hängst du mich jetzt? Los, häng mich! Häng mich, häng mich, häng mich! Muiiii! Ich spiel's jetzt Propeller? Ich spiel's jetzt Propeller! Ich spiel's jetzt Propeller! Schnee, was ich kriegen kann! Junge, das ist ein Baum! Was machst du denn? Was machst du denn? Was machst du denn? Ja, ich weiß, dass es keine Kommen gibt! Das musst du mir nicht sagen! Das weiß ich genauso gut wie du! Ich glaube, der will den Ausklick gehen! Hey, hey, hey! Wenn der jetzt den Ausgang gibt, ne? Au! Dann eben nicht! Auch gut! Dann häng mich eben auf! Habe ich auch nichts gegen! Was passiert, wenn der Gegner... Der Haken ist gleich da vorne! Los! Also wenn ich einen aufmache, ist ja das auch nicht gut genug, ne? Jetzt häng mich endlich auf, damit wir beide in die nächste Runde gehen können! Was machst du denn? Der Haken ist direkt hier! Ja, dankeschön! Brava, Kuss! Da wird Papi nachher stolz auf dich sein! Vielleicht kriegst du ja mein Taschengeld! Weißt du, dein T-Bank ist mir kackegal! Da steh ich drüber! Was ist das? Mir ist das egal, ob ich die T-Bank bekomme! Für mich ist das nur ein taktisches Mittel! Schön, sehr viel zu tun! Achja! So schlecht geht der deiner Schulter wohl nicht wahr! Dass du nur tanzen kannst! Ich kann sie nicht heben! Aber ich kann nach links und rechts schunkeln mit der Hüfte! Jaja! Warum steht der eigentlich 0? Das war ausgesehen! Ich habe außerdem eine 0 gepostet, das tut mir leid! Eine 0 gepostet? Ja, bei den Twitch-Ankündigungen! Weißt du! Weißt du, wenn ich 0 drücke, dann stoppt bei mir die Musik! Ah! Ist mein Shortcut! Ich hab jetzt auch mal... Ich hab auf meiner Nummer-Tastatur jetzt überall so witzige kleine Notizen dran, welcher knapp welches ist! Wobel ein bisschen! Ja! Ja, ein bisschen! Ich weiß zwar nicht mehr, welche Zahl das ist, aber ich weiß, welche Zahl... Sie ist da! Wer ist da? Ah! Willkommen zurück beim Verkaufssimulator! Nächste Etage! Knochen-Sägen! Knochen-Sägen! Stichmesser! Sägehackebeile! Äxte! Alles was das Killerherz begehrt! Sägehackebeile! Okay! Ja, sorry! Ja, aber die kannst du werfen mit, die kannst du hacken! Ja, in Glattborn kann man sehr gut damit hacken! Ich hab doch werfen! Hier finden sie alles was das Killerherz begehrt! Um Knochen durchzuhauen! Rostfreier Edelstahl! Damit die Klinge auszuspalten! 4404! Freddy, bitte! 4404! 4404! Eh! 4404! Eh! 4404 ist der Code, dass er zum Chef muss! Das ist der Kündigungs-Code! 4404! Wisst ihr Bescheid? Wenn jemand mit einer 404 gerufen wird, dann muss er zum Chef! Und es ist nichts Gutes! Hm! Echt? Ja! Ah, das ist der Code dafür! Also ich weiß nicht, ob der bei allen gleich ist, aber bei den großen Supermarktketten ist es eigentlich gleich! Wir haben Internetprobleme! Wir haben Internetprobleme! Ich gucke jetzt siehs! Okay, Kette hat auf dem Handy kein Internet mehr! Ich schau grad gespannt zum Router! Ich mach mal Neustadt! Jawohl! Wir können ja auch sagen, hier so... Äh, die Hexe ist auf 5! 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 Oh mein, das passt! Die Hexe soll zur Fleischhegel! Das passt! Der kleine Ghostface hat wieder in den Flur gekotzt! Nein, das war Spuckegeist! Nee! Nee! Das war die Bulimie! Ich sag doch hier Spuckegeist! 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 Die Putz orbitet zu Regal 5! Adredis hat wieder gekotzt! Danke! Genau! Und der das gespetztbild von nix wissen macht sich einfach unsichtbar! Boah, ich würde jetzt gerne echt so eine Fanfiction davon haben! Ich kann mir das so gut vorstellen! Ich kann mir das so gut vorstellen! Oh, schön! Ich hab mit den Comic-Forms! Ja, das wär echt so ein geiler Comic! Jetzt kommt bei Daylight Mart! Hier werden sie geholfen! In der Gartenabteilung Hillbilly und Leatherface! der männer übernimmt die schweiz die fleischteke es macht adridis die kotzt ja auch immer das ist besser als jeder hochdruckreiniger und meyers ist dieser schüchterne verkäufer der die ganze zeit anguckt ich wollte nicht und wir hoffen die wollen jetzt macht sich selbstständig mit keramik messer so gut vorstellen der tempel der reinigung hatten wir nicht hatten wir das gespräch nicht gerade aber ist ja keine grund ich auch nicht aber es ist ihre map es reicht ja ich hatte sie lange nicht mehr als killer die kann mir auch gerne gestohlen bleiben ja die ist ja gerade in dem flot putzen kein ruhen kein ruhen kein ruhen beim färts klopfen es ist ein trappi ich habe mich nicht gesehen da geht er in den tempel rein der trapper passt mir hier aber gar nicht nicht wirklich nicht wirklich nicht wirklich nicht wirklich oh 10 mache ich heute auch vollkommen ich habe ich dann müde das ist aber schon lange okay ich versuche in deiner nähe zu bleiben ja ich bin mit der näher unten in der krypto ja ich bin in der nähe von der gen im keller das ist nicht so gut guck mal wir sind auf augenhöhe ist er weg hallo nein er hat mich übersehen er hat mich übersehen okay kann ich mit leben diesmal lass ich dich nicht sterben die falle habe ich nicht gesehen ja ich hab ne taschenlampe das nützlichste item von allen wow ne taschenlampe gelbe gelbe die hast du aus der abteilung von freddy freddy in smoking versucht taschenlampe zu verkaufen ne er verkauft eher wecker das ist ja weniger daneben warum war das daneben und der männer verkauft puzzle boxen vorsicht in hohen gras ne das hohe gras ist heute nicht mein freund hier hinten war doch mal irgendwo einer ja gut das war das fairer treffer da oh hallo also jane musst du immer in die klinge springen ja ich lebe gerne gefällig ich meine ich bin dir dankbar aber jane lebt halt auf dem messerschneider schrieb gerne gefällig gerade lebt sie mehr so unter messerschneider klingt gerne um an sich das ist eine an sich karte aus soligen ja ja schreck sagt nichts äh was 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 ok ich glaub mein ganze controller ist am arsch ich hab die taxe gewechselt du hast oah und das hast du zu spät gemerkt oder die ne hab nie richtig auf ne genau wie wenns nicht läutet hehehe du musst doch auch nochmal machen wenn ich Skilyshecks kriege oooh ja es läutet das kannst du holen auch sie ist tot dass sie hinter mir her ich habe doch was ich habe doch was den rücken dann laufsteller ja ich versuche es aber hier ist gerade gar nichts roter wald bäume gestrückt und ich guck mein eichhörnchen er legt da eine falle mitten in hohem gras hin okay er kommt hin zu dir ich krieg schon mal weg du dober controller das mit Kontrollen können ich krieg mal Fenster aber sowas sind preis ich bin ich bin glückstern stecken rutsch und auch Schnecke muss man sein ich stecke im gras durch ansonstig es ist ein bisschen feucht hier durch das wetter ne aber sonst alles ganz schön ja schnecken mögen das feucht ich sollte mir befreiung einpacken das war geil dass ich nicht mehr selbst retten muss und das nie klappt ja finde hilfe das nützt mir jetzt auch nichts mehr ja könnte ich auch sagen drang ich bringe den arsch hierher drang du solltest dir vielleicht mal an breakable einpacken das hilft dir gleich mal ja das ist jetzt schon das dritte mal dass du auf dem boden liest kannst du hier schon zweimal hochheilen können entschuldige gänse wie wärs mit wiggeln hat er gar nicht angenommen tut mir leid ich hätte aber wenigstens gleichzeitig sterben können wir machen wobei du kannst eigentlich noch versuchen selbst runterzukommen noch lebe ich ob es klappt ist die andere frage ja das ist immer so eine frage nein klappt nicht ja bei mir auch nicht du sterbe ja du hast ja du hast ja mal ein bisschen Time to die wenn du ich du es ich 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 hier ich 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 You can't get what you want, but not what you need. Hahaha. Eiffel Spaß, my friend. Hello, Jay, my old friend. Harding, come to say hello again. How can this happen? Hello, darkness, my old friend. Nooooooo. I've come to talk with you. Ich glaub, das läuft morgen bei mir den ganzen Tag in Dauerschleife. Nicht, dass du wegen mir jetzt depressiv wirst. Ach, ich doch nicht. Ähm, du mein Jayne. Und Jayne auch wahrscheinlich nicht. Schön, dass du wieder für Jayne mitredest. Ich denke eher, das liegt an dem Controller, dass man depressiv wird. Ja, das stimmt. Mein Controller macht mich eher... Dafür hab ich auch das Passende. Was? Ohhhh. So episch. Soll ich für den Controller demnächst noch ne Beisetzung veranstalten? Ja, bitte. Hol dir doch einen, ähm, bei Mediamarkt gab's noch welche für... Das sind jetzt keine Originalen? Hab ich geholt eine nicht-Originale. Für 38 Euro. Mit Kabel? Ja. Und äh... Ist das einer, der leuchtet zufällig? Also, ja, er leuchtet, er hat... Ich kann ihn am PC und... Also... Ist er, ist er durchsichtig anders gefragt? Nein, nee, nee. Okay, dann haben wir... Er hat ein Design von der Xbox. Okay, dann hast du einen anderen, als ich. Äh... Er war schon immer ein bisschen anfällig für... Leichte Drücke und so. Und dann hat er auch angefangen, dass das... Dass ich zu fest drucken muss, dass die Tasten äh... Dann aktiviert werden. Er hat die Leidenschaft... Er hat die Leidenschaft des Drucks nicht ertragen. Ja... Ich glaube, ich wechsle dann wieder zur Originalkon. Kostet zwar 50 Euro, aber dafür erhalten sie in Ewigkeit. Ja, ich spiel für 48 Euro. Die haben ja bei Media Markt jetzt eine schöne Camouflage. Ich finde Babyblau toll. Ich glaube, deine Mac ist ja schon auf 41. Hm. Ich habe ja noch den Bill gelevelt. Den Bill gelevelt? Und wen noch? Äh... Die Mia. Ja. Ja. Oder Nia. Hier sind die zwei fickende Fliegen. Auf diesem Bildschirm. Wo ist eigentlich der Clown? Welche Etage? Äh... Der ist in der Kinderabteilung. Pfff. Pfff. Spiel und Spaß. Garantiert. Ich kann mir das weißt, so wie ich mir grad so vorstelle. Die Werner wie... Bei Werner. Die Hexe. Ey Friede, wo ist das Bauderwachs? Kommt die kotze, kotze ne Hilfe da vorbei. Ach, schön. So. 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 machen da waren wir heute ja noch gar nicht ja durchgefahren ja sorry ich auch sie sind zwar lauf 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 die heute noch gar nicht hexe ich warte immer noch nur sie ich bin nicht mehr aus dem konzept sind sie versorgt das bringt dich aus dem konzept ja weil es bei ihr so selten ist ihr dürft auch versorgt sagen wir haben noch 22 uhr das war ich danke schön schön hat die mich einfach gehauen was glaubt ja ich wer sie ist die fleischverkäuferin die hexe nicht gesehen ich habe hier ich auch nicht auch hier unten ist der tote die wissen alle nicht die meisten haben ich keine ahnung wie man gegen die hexe steht im heizungskeller ist verbraucht worden und brauchen sie eine heilung ich habe es gar nicht gesehen dass die heilung groß ist ich habe es gar nicht gesehen dass die heilung groß ist ich habe hier auch eis in der wille drauf man hört auch nicht wenn ich verletzt bin muss man meinen perks erstmal überdenken definitiv es sind ja schönen guten abend und alvis alvi schreibt sie ist halt anständig ja wenn sie mal versorgt wird so das könnte ich bereuen das sind ja alles schick alles gut das kann gleich schmerzhaft werden so das war ihr trocken ich habe mich auch zu blocken die blöde kur ja das ging ja gerade noch mal gut das ist eine geschichte also diese weise da ist glaube ich toxisch irgendwie was macht die denn sie hat mich vorhin bei der kiste geblockt die wollte mich hier beim beim gem blocken war da ganz schön doofe nimm die die ist blöd nimm die die ist blöd mach ma ich wette die brauche eh nur als Matt ja das ist aber bei allerdings ist richtig durch na bist gerade in der verfolgung ja naja versuchte die olle einfach die die blöd ja die äh hexe reden wir jetzt von der weißen clodette oder von der hexe von der weißen clodette die das macht extra oder wenn man nicht mich nee weiß ich glaube nicht die die ỗ sie ist doch bei mir Nein, ich meine, ähm, den hältst du. Skillcheck. Skillcheck, genau. Was schreckt von dem? Sie hat mich verloren. halt durch bus fern von diesem weißen tussi da von der kranken schwester das abschließt die dinge ja bitte das war genauso wie mit der kotze nimmt nicht von der hand ja man sollte vielleicht bei kotze nicht unbedingt von rauskommen reden ich habe den kühler auf der beste ich komme gleich in den keller mit dem jen ich versuche dass Wie gut! Vorsicht, ich komm wieder in den Keller! Ja, tschüss! Oh mein Gott! Nein, der waster liegt! Oh mein Gott! Heute hab ich's da raus! Wer kann, der kann! Oh, die andere hat ihn übernommen! Die ganze Schwester? Ja! Na, ich glaub, sie hat ihn aber freiwillig aufgenommen! Als Gutmachung! Ich hab mir damit gerade echt den Arsch gerettet! Das ist jetzt das dritte Mal, dass die mir entgegenkommt! Weißt du, bitte! Mit der Hexel im Schlepptau! Hinter ist mit dem Schinken! Oh, hi! Hi! Vielleicht kriegt die's wieder öffnet! Äh, da ist noch ein General, aber da kommt die Leute hin! Shit! Oh! Den wir sie unbedingt behalten! Oh, der ist auch schon fast wieder runter! Also, ich renne die blöde Kummi! Die sind nicht so oft! Vorsicht, hier ist ne Falle! Hier irgendwo hat's ne Falle reingelegt! Das ist auch ne Herausforderung! Den Jen machen, während man croucht! Oh, shit! Ähm... Jetzt ist die Sankung! Wait, lass den, lass den, lass den! Den nehmen wir zuletzt! Der ist so schnappgelegen! Äh, heiße ich Falle! Jane! Tschüss! Was ist denn? Lauf weiter! Lauf weiter! Ich bin hinter dir! Ich laufe! Jetzt müssen sich unsere Wege leider trennen! Oh, ich liege! Das war jetzt... Das war jetzt echt... Lustig! Johnny Rock! Ich muss... Doch, kein Problem! Ich komme gerade aus, endlich! Dich könnte ich meinen Kopf doch gerne hin! Oh, scheiße! Hi, Sink! Hi, Jane! Direkt tot und direkt vor mir! Ah, direkt... Zeichen! Oh, fein! Hallo, das ist ja die Party! Tobi! 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 Also du musst nicht niederkniehen vor mir auf. Was macht ihr denn da die ganze Zeit? Ja, weißt du... Blöde Kuh von... Krankenschwester. Die blöde kranke Schwester. Ja danke du blö... Weißt du... Die sind... Derassiv? Ich glaub für ihn hat einen neuen R2. Die ist schlimmer als der Killer, weißt du? Sie sind alte Killer. Ich hab da so ein geiles Wehwehchen. Danke. Weil du hast ein Brustbierstchen. Uah! Ich mein, geht die kranke Schwester ihrem Job nach? Nee. Wenn sie nichts kann, das kann sie. Sie sieht eher nach Apothekerin aus. Naja. Wir haben uns ganz hoch. Ja vorsichtig, sie ist nicht mehr bei mir. Ich weiß nicht wo sie ist. Tschüss. Ja. Wie? Alter, ich kriege ja bald keine Punkte mehr. Warum rennen du? Sofie denkt nun ja. Ist doch nur Pusik. Was macht die da? Keine Ahnung, die ist bescheuert. Ich merk schon. Wenn ich so was sage, sag ich das die Wort. Soll sie offensichtlich folgen. Naja. Direkt zum Krieg. Ja, ich komm doch schon. Weißt du, dass da oben ein verdammter Generator ist? Stell dir vor. Und dann direkt wieder raus. Ja, ich bin ja auch geraschend dazu. Was ist das hier? Ja, ich bin ja dabei. Girl. Der Generator saß ich vorhin mehrere Stunden. Boah, sie hat mich erschreckt. Uff. Hi. Ich hab mal Ausschau. Ich hab mal Ausschau. Ich, äh, helf mal. Ich hab keine im Fallen angelegt. Keine. Okay. Aber hier. Ich hab's doch ganz gut geklautzt. Bitte geh. Ich glaube, man muss Jane helfen. Ja, ja, ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Schnappt sich, hab dich ganz... Halt durch! Okay, ich will werden sterben. Drück durch! Verdammt! Was, drück durch? Ja, die Controller aber. Es war leider zu schlecht. Ich werd sterben. Ich hasse dich. Scheiße, mein Toller. Du bist Jane, er wird überlegt. Nein. Der Controller hat aufgegeben. Oh nein. Nein. Hello darkness my old friends. Hello darkness my old friends. Oh. Controller und ich werden keine Freunde mehr. Na, dass ihr beide keine Freunde mehr werdet, das kann ich mir schon gut vorstellen. Die Thädie rund ist weitergegangen. Die Thädie würde er nicht in der Gegend kommen. ... ... ... ... ... ... ... Oh Gott, die ist jetzt auch weg. Du willst nur wissen, wo die Luke ist. Aber ich glaub, Sophie kennt schon die Spot. Meinst du? Also häufig ist sie hier unten. Hier ist sie meistens. Diesmal nicht. Nö. Au, ich hab sie nicht gesehen. Ich aber auch nicht. Ja, die Ecke war zu kurz, da konnte ich nichts mehr machen. Guck mal, das ist ein Haken, ich krieg da freiwillig hin. Oh Gott, das ist ja ungeheißig überhaupt. Tschüss. Jetzt hat sie alle aufgehangen und so, jetzt kann er gleich rein. Aber es ist doch gar nicht die Seite. Ja, gib mal rüber, der Zep da die Knochen da. Oh, was denn da bitte? Ja, fast. Das geht auch fast ein. Ja, ja, der war weniger. Aber war das jetzt eine ziemlich gute Runde. Hat gut angefangen, ne? Boah. Ich spiel gern gegen die Echse. Ich hatte anfangs mein Video. Ich hatte anfangs mein Video. Ich fand das fertig, wie sie mir die ganze Zeit hinterher gelaufen ist und du hinter ihrem Rücken den Jen fällig machst. Das fand ich cool. Ja. Und dann geht der Jen hinterher. Interessiert sie überhaupt nicht. Ist der Kassi egal. Also da ist sie nicht mal ein Tunnelblick. Achja. Heute frisch eingetroffen. Kann mir jemand sagen, dass ich hier die ganze Zeit Müll poste? Ha? Im Twitch? Oder was meinst du? Ich poste die ganze Zeit Müll. Heute frisch eingetroffen in der Fleischtheke. Vier junge Survivor. Mhm. Das Fleisch ist noch frisch. Das Fleisch ist noch frisch. Schlagen sie zu, solange sie noch können. Dazu gratis heute ein Kochbuch von Dr. Hannibal Lecter. Ja. Ja. Mit äh. Unterschrift. Oh. Ich bin da. Die Musik hat auch gehört. Ja, weil ich mich bemütert habe. Ja. Ich habe nämlich gerade kurz die Nase geputzt. Ich glaube nicht, dass ihr das hören wollt. Mhm. Ich glaube, da verzichtet man dann lieber für ein, zwei Sekunden auf Musik. Ach. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich habe wieder eine Welt in der Blend. Aber schlappen wenn ich hier verstehe. Ich finde jeden Tag den Limit. Ich habe schon immer einen Geschenkopf. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin der Kamler. würde meine Haarfarbe besser rauskommen, wenn ich doch meine rote Pocken grausche muss? also, wenn wir das grau bei mir gefärbt haben, ich musste zweimal grau färben damit es richtig rauskommt raus, abgehen halt hast du eine Tönung oder Färbung? eine Tönung wo halt nach 4 und 80 wäre es schon wieder rausgekommen wenn, dann würde ich ihr auch färben bevorzugen ja klar, ich wollte erstmal raus bei dir sieht doch alles gut aus nö, danke nö 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 weißt du bescheid nö 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 Es ist der Mann mit den eisernen Glocken. Jetzt immer lügt die Nase, wenn ich fahre. Weißt du, er sitzt wahrscheinlich in den Sektariat und macht das mit dem Ding Dong. Der Mann mit seinen harten Glocken ist hinter mir. Dann geh ich mal Jane retten. Du, ich seh deine Umrisse, ne? Deine Glocken... Na ne, das... Horncheck. Ne, ist vorbei. Okay, der Bestplayer war schneller als ich. Dieses fettende, harten Glöckchen kannst du sein, der sonst wo entschmieren. Ach, der hat dieses L und das man die ganze Karte hört, alles klar. Ups. Dann gekettet hab ich voll den Kopf geh. Bitte. Schatz ist in der Klasse. Doch nicht. Okay, okay. Man hat ihn ja gerade genaschen. Tut mir leid, ihr eure Palette geht. Kriegt ihr ihn doch. Nee. 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 Aber wo gehen wir die ab? Bei Hilbelnig? Ja, beim Baumarkt. Ja, ist Hilbelnig beim Baumarkt? Nein. Ja, der ist ja egal, ne? Nee, der arbeitet bei der Bahn. Der achtet immer darauf, wenn die Bahn einfährt. Nein, wenigstens. Äh, du bist in der Verfolgung. Ähm, Drang, wirst du abgeholt? Ähm, ich seh im Moment keinen. Nee. Da schleicht einer lang, ganz langsam. Es ist, es ist, es ist, es ist ein Vogel, ist es ein Flugzeug? Nein, es ist ein David King. Ein blotgeschmierter David King. Was schreit der denn rum? Hör mal, du hast Muskeln auf Stahl. Normalerweise dürfte das Fliegewicht dich hier nicht stören. Wie der rumgestöhnt hat. Ja, manche Frauen würden das halt anstehen, wenn so ein Mann rumstöhnt. Ja, kann ich total verstehen. Aber nur beim Sex. Halt dich mal. Ich verstehe dich. Nee. Da hat er sogar einen Extraschrei abgelassen, den man über die ganze Karte hört. Ja. Sorry, Jane. Er wird jetzt wahrscheinlich auf dem Weg hierher sein. Ich hoffe, du hast zwei schnelle Beine. Ja, sie sind knackig aus. Ja. Sie sind knackig aus. Ich bin gerade noch mit Jane zugange, ich kann nicht abhängen. Die Ex ist rot, sie frisst kein Brot. Jetzt wollen wir Hinterschinken. Hinterschinken, yum, yum. Geht. Du, wenn ich mal vor euch irgendwann mal bin, dann schlage ich dich mit deinem Hinterschinken. Dranken, gehst du holen? Ja, ich bin dabei. Bin dabei. Alles klar. Oh, hier sind wir noch mal. Ich wollte nur eine Bestätigung haben. Oh, wieder umstürzt. Boi. Was? Ist ja gerade selbst runtergekommen. Nein. Oh, hier ist ein Erleuchtnis totem. Ja, mach, mach, es ist aufgezehrte Hoffnung. Ja, mach es gut. Ja, er trägt den gerade. Ich gehe da außen rum und dann wieder dahin. Na, wir sind jetzt freiwillig für den. Ja. Ich bin gerade dabei, es zu holen. David, du musst mal kurz warten. Scheiße. Scheiße. Nein. Das Totem ist fünf Meter von mir entfernt. Ich dachte nur, hm, Totem. Das könnte auch das Ruin sein. Ja, sicher ist man da sich nicht, aber... Aha. Ich habe jetzt nur einen Totem leuchten gesehen. Ich dachte, renn außen rum. Mach das Totem. Er hättest du gleich machen müssen, als er den auf der Schulter hatte. Bis er den auf der Schulter hatte. Der hat ihn direkt neben das Totem gehängt. Dann müssen wir warten, bis er stirbt. Dann können wir den nicht erholen. Der hat das, äh, da wo er gerade tot ist. So, wir sind jetzt übrigens Moriba. Was? Der wird weit genug weggegangen sein, damit sein Perksy aktiviert. Jetzt kann er uns, Morin. Ohne Schnitte. Entweder jetzt oder mit dem nächsten Haken. Tolle Schnitte. Der Tote war genau zwischen, äh... Der hat mich gesehen. Ah, toll. Ich glaube so wie er das... Wie das Tote machen. Ich bin auf dem Weg dahin. Alter, dass die immer so ne kurze Pause machen, bevor die über die Palette gehen. Er kommt. Nein, er ist noch bei mir. Er ist bei mir. Keine Sorge. Er moored mich. Du kannst mich töten, aber dein Ding hier nehme ich mit. tja also mich tötet er gerade es war entweder ruin oder aufgezerrte hoffnung ich glaube es war aufgezerrte hoffnung ja ja dann könnt ihr euch damit zusammen das sollte er eigentlich nicht tun er folgt die palette hat james gebraucht du spassermacken komm hier rüber scheiße ich hab immer komm halt da du sollst nicht fallen lassen Ich verstecke mich nicht in den kleinen Busch hier. Das ist so geil! Oh mein Gott! Fail? Ich warte immer noch auf Somewhere Over Rainbow. Oh mein Gott! Na hallo? Wokelt ein bisschen. Hey, ist immer Jay jetzt so zugesehen beim Sterben. Hey, ich fahr durch! Ja, das hab ich aber auch manchmal. Oh mein Gott! Ja, das egal, wenn du durch bist, während er seine Animation macht, dann zählt das nicht mehr, weil er schon in der Animation drin ist. Oh Gott, ey. Aber wir klacken Bestplayer, ne? Daumen hoch, ne? Like. Das war zu, da playern wir. Von uns allen. Naja, wir waren am wärmesten. Wir haben 6.000. Ja komm, wir sind aber schon für über 4 Stunden dran, ne? Ja. Das ist keine Entschuldigung. Ja. Wir hatten schon längere. Mhm. Ja, und der hat ja auch alles auf 3 Stunden. Die einzige, die hier eine Entschuldigung hat, ist Kritik hat, wann sie das so selten spielt. Ja! Stimmt. Gefälligst und so. Gefälligst und so. Ich glaub, wenn ich mir irgendwann wieder einen Fun-Charakter mache bei Dark Souls oder sowas, nenne ich ihn einfach Mad Baron. Warum? Keine Ahnung. Das war der Kollege von Buhr. Echt? Ja? Es wird wirklich eine heiße Wettbewerb. Wisst ihr, wie der South Park-Charakter von Udys, als sie das gespielt hat? Hm? Im ersten Teil, Sir Rantzerotts. Das ist der South Park, ich starb der Wahrheit. Ja. Ich hab mich einfach Dragon genannt. Ne, sie wollte halt was nehmen, was so in das Universum passen würde. Ne, sie wollte halt was nehmen, was so in das Universum passen würde. Okay. Da hat sie dann Rantzerotts genommen. Trotzdem heißt du später Dutchback. Du kannst den Charakter nennen, wie du willst. Trotzdem heißt du Sack-Sack-Spiel. Aha. Bist du da? Na? Hi. 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 Hi, hallo. Wie geht's hier? Ach ja. So, Dodo. Morgen können wir uns ja Wickerin Amelia vornehmen, ne? Weißt Bescheid. Das weiße Hühnchen. Morgen, Kinder, wird's was geben, morgen wird der Dragon sterben. Nein, diesmal werde ich bei Viterina mit dir nicht sterben. Das erste Mal, wo ich Bloodborne gespielt habe, wusste ich nicht, wie man gegen die kämpft. Ja, ja. Was ist hier so für deine Zehn Tödchen? Nö. Was, du willst Zehn Tödchen reinziehen? Zehn Tödchen? Döde. Weil, ähm, ich hab morgen einen ganz großen Boss vor mir. Es ist ein Wautzen. Es ist Mimimimi. Was? Mimimimimi. Auch ein geiler Name. Nein, da steht Minimi, Minimi. Mimimi. Mimimi? Mimimi. Mimimi. 69, 69, you know what he wants. Also wenn man Mimimi, Mimimi heißt und dann 6... Oh Gott. Ich bin jetzt mit aller Haaren dran. Oh Gott. Die Vaseline dabei? Du weißt bescheid. Warte, ich wollte hier eigentlich für das Tattoo aufheben, ich geh die Vaseline holen. Nein, das ist gut. Ich hole die Kamera. Oh yeah. Und wer hält die GoPro? Vor allem stand er gerade eben. Stößt du die Paletten um? Alles klar. Ich mache es mir von der Radius, auch bekannt als Herr Schlaf, gibt Auskunft darüber, wenn sich der Killer nähert. Jetzt müsste Jane... Er ist so näher ist der Killer. Und jetzt müsste Jane eigentlich getridert sein. Nein, okay. Es wird geladen. Jane, hältst du die GoPro? Die Standorte von Generatoren lassen sich häufig an dem Blicklicht... Oh, es geht ja los. Also Lundodon, morgen wick er in Amelia. Wenn du Lust hast... Guten Tag, hier ist ein Jane. Hi. Ich bin so rangebrochen. Hallo. Sehr gut. Was sind wir hier eigentlich? Oh Mann. Irgendwo auf der Map. Okay. Boah, ist sie nicht so ausgeschlossen. Jane, willst du? Nee. Wie dir alle super Platz machen. Na genau. Was? Oh Scheinchen! Und nahm die DM. Ich holen. Ich bin auch schon. Ich bin auch hier. Nein. Ich hatte sie gerade schon. Ich hatte sie heute schon. Alter, was verlassen für ein Leck? Was? Ich wollte eigentlich den Jen kurz anticken und dann hab ich ein Leck und schon vor der Palette und bin über die Palette geklettert. Nö. Ich hab's gesehen. Es hat irgendwie Spaß gemacht, sich da hinzuhalten. Na? Was für ein Desaster. Die Fleischicke ist frei. Kommt jede Menge frisches Fleisch rein. Ich weiß gar nicht schon, von welchem sie kümmern soll. Das muss ich einfach legen. Und dabei bin ich das saftigste Fleischstückchen, ne? S*** Schatz, ich kann jetzt nicht Alter, hier ist aber auch gar nichts Du hast doch was im Schlepptauch Ich weiß Wuhu, gut, dass die eine Null im Zielen ist Komm schnell, komm schnell, komm schnell Und weg Oh, das war gut Jane fragt, ich komme jetzt zu dir nicht, dass du dich jetzt rechst Hörst du dich da? Hörst du dich da? Wir sind noch dabei Wir sind noch dabei, also wenn du nur Lust hast Ich habe übrigens eine Falle Oh, toll Rettet sie, Fee Sie braucht ihren Kopf noch Das ist okay Das ist eine Trollrunde einfach nur Ja Also die, die M, wenn du nur Lust hast Wir sind doch ein bisschen dabei Wir können einfach fähige Leute gebrauchen Wir brauchen gute Leute Nein, ja Du bist nicht so die Fähigsten Ich bräuchte ja jemanden, der mir unter die Arme greift Oh Was? Was machst du mit mir? Wiss ich auch nicht Falsche Taste Kann passieren Falsche Taste Warum wirkt mein eisener Wille nicht? Hallo Ich habe auch eine Klappe Irgendwie wirkt mein eisener Wille gar nicht Vielleicht würde ich mal eine Tolle auf den Guck Eigentlich müssen sie ja trotzdem wirken Die nächste schon nehmen Ich häng schon erstmal, ja So Lauf Dankeschön Ich bin jetzt tot Nein Du hörst sie nicht auf Ich mach mal einen Flussversuch Jane, rette dich selber Oder rette Jane Was? Jane, rette dich selber? Oder? Schade Ich bin echt wundervoll Ach der Das war die schlechteste Runde Aber siehst du, ich habe sie abgelenkt Sehr viel, ach so guck Ja Ah, jetzt muss ich so lange Come to us Ich habe dir schließlich den speziell rangegeben Was? Ja, der hat einen Spezialrang jetzt Bei uns Der kann eigentlich bei uns rein Oh mein Gott Kommi Okay, war tot Hier Schatzi Äh, ja Kannst du mal umfragen Jane, kannst du mich holen? Ja Eigentlich wollte ich gleich mal was nachgucken Was? Mach du das mal bitte Okay Aber hier, man hört, man hört Kate noch Eigentlich dürfte man die nicht hören Okay, er weiß nicht in welchen Zustand erscht Naja 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 Wenn er nicht will, muss er nicht in den Spielabendit kommen Kann ja auch so mitspielen Ich meine, die anderen spielen auch alle wie Truppenköpfe Ey, Moment mal, ja Ich dachte, die anderen Schön, dass du dich mit die anderen angesprochen fühlst Ja, wir sind doch hier Drei Von vier Ich guck dir an, wie wir spielen Ja, gut Ich kippe halt immer mal ein schlechter Das ist die schlechteste Runde seit Aufzeichnung Oh 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 Mach du Mach du Mach du Wir können gleich das Lied einstimmen Hello darkness my old friend Ich rebe dich auf die andere Seite der Web holen Das ist eine verließe, die du würdest darauf zu gehen Ich Ich komme ich mich heilen mein gott das schweinchen mit massaker das ist für all die mal in der die becken ich habe jetzt nicht einmal becken glauben wir sie finden sie garantiert nicht auch so prickelt noch ein paar punkte holen klamotten die gewünschte gesprächspakt das mutter nichts zu erreichen mit der person sie später mag mich jemand ja ich war ich begebe mich auf den weg zu dir ich komme dir entgegengeschnecke in ihren natürlichen lebensraum bitte beachten sie diesen gar zielen vorwärts schleichenden gang jetzt spielt so hochschrauben ich war mir schon so sicher ok bereit für runde 2 ja oh mein gott ich glaube das sind das war mein gesicht eigentlich war es mein arsch auch gut wie bekommst du von deinem gesicht auf den arsch wenn sie meinen arsch getroffen hat jetzt häng ich aber noch überall fest das ist mein todesurteil jane ich liebe dich mach was aus deinem leben ok mach die volle weg mach deinen abschluss hauptsache du machst was so ich lebe ich meine ich ich liege ich lebe dich ich lebe dich ich lebe ich liege ich lebe ich liege noch welche wünsche sie hat mich übrigens liegen gelassen unter einer palette hey die können wir für jane ausgeben ich lebe dich ich lebe dich ich lebe dich ich lebe dich aber sie kann an meinem arsch kleben halt ich ich bin dabei nein dein königreich fein ich sterbe ich sterbe ich komme zu dir sie zieht mich weg von dir nein の sterbe das ist du du ich komme zu dir du ich halt durch ja nein sie hat mich gesehen Nein! 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 Ich rede einfach, Rabbid! Mein Gott, mir geht's. Ich rede so mega. Das Uncut wird es bei YouTube geben. Du weißt schon, dass ich es nicht aufnehme. Ja, aber er wird es doch schon als Streich hochladen. Schön, dass er uns auch mal fragt. Wisst ihr doch, hab ich das letzte Mal erwähnt, oder? Eigentlich musst du jedes Mal fragen. Ah, okay. Also, wenn man so vom rein rechtlichen Herr aus... Anzeige ist raus. Nennoch hat er ja nichts hochgeladen. Noch nicht. Oh, Frau Frau, muss schon losgehen. Das dauert auch so eine Zeit. Bildschirm, würdest du dich mal... Ah, Dankeschön. Lass dich nicht das aus, das schalte ich mich jetzt aus. Oh man, ich lach so viel, meine Hand ist so schwitzig aus. Meine Hand ist auch schwitzig, aber es liegt darin, dass es scheiße warm bei mir im Zimmer ist. Ja, das auch. Lass mir raten, wohlgefühlt die 40 Grad? Ja, fühlt sich so an, hm. So bestimmt 30 oder so. Ich lach so. Ich lach so toll. Ich lach so toll. Ich fand dich gar nicht schrecklich. Lief gut. Die Runde war so schrecklich, dass ich so wieder toll war. D.D.M. D.D.M. schreibt. Lief gut. Ja. Mach bitte mit. Hier fehlt einer. Siehst du, hier ist ein leerer Platz zwischen Jane und Sophie. Das heißt, so ein leerer Platz, der mein Herz nur durch dich gefüllt werden kann. Ja. NOOOOO. Du musstest ja eigentlich die Sexmusik machen. Hm? Sexmusik. Was mach ich? Sexmusik. Sexmusik. Mach mal. Habe ich nicht. Hat die eine wieder. Ach, du meinst? Die beste Runde ever. Oh, ich kenn's nicht mehr. Ja, wie Jane, der Blick auch gerade so rüber zu sehen, wie sie so da machen. Und du so, äh? Hä? Wir sind wenigstens gemeinsam gestorben. Ihr müsst noch was rein drücken. Mit uns immer verbinden. Bitte. Weißt du, Jane? Jetzt haben wir so eine besondere Beziehung, wie ich zum Ernst hab. Das haben wir jetzt. Ist das positiv? Ja. Du weißt, was für komische Dinge passieren, Vincent Pai und ich auf einer Map sind. Ähm, Dinge. Du warst gleich dabei. Ja. Ja. Ja, es gab, äh, es gab ein langes Ding in die Brust. Nein, ähm, wir hatten das mal, da hab ich eine Weile mit ihm immer geloopt, er hat mich immer allein gelassen, weil er mich verloren hat, hat in der Zwischenzeit so die anderen mehr oder weniger gelenk. Ich hab weiter Jens gemacht, dann hat er mich doch mal gekriegt, es war doch eine andere da. Und hat er mich aufgehangen, hat die andere geschnappt, sie zu mir hin, hat sich frei weggeln lassen, ähm, damit die mich runter holen. Und dann hat er sie aufgehangen und ich durfte dann alle Jens machen und durch die Luke gehen. Und eine Kiste aufmachen. Mhm. So ist Senpai zu mir. Also ich weiß immer noch, wenn wir normal die Let's Plays Folgen aufgenommen haben, dann, ähm, ich weiß nicht. Dann wurde irgendwie immer, äh, hattest du ein Date mit den Meyers, aber immer an laufendem Band. Ja, sag ich doch. Die Spiel ändert sich. Ich, 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 ich kann da nichts für, wir haben so eine Verbindung zueinander. So wie Pommes ohne, ein Pommes mit Ketchup. Mein. Pommes Schranke. Was meinst du, warum ich ein Senpai nenne? So, jetzt kann ich aktiv zuschauen, hä? Hast du vorher nicht aktiv zugestaut? Ach, der Hebel. Er meinte, du, 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 du. Wir legen morgen wieder ein paar Bosse, wenn er Lust hat. Oder ich darf mal wieder weg? Dann wäre er, oder? Der wäre weg. Du wirst wieder vom Dach geschmissen. Alles schwanz, nix. Äh, vom Dach, ich bin auch so, wenn man letzten Blattbauern aufgenommen, bin ich vom Dach gerollt. Klar. Siehste. Morgen wickeren Amelia. Du, 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 du. Du, 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 du. ich habe noch gar keine so leute jetzt aber reißt euch zusammen vorsichtig der dragon spielt also ich tue mir schon einen haken raus wir arbeiten bestimmt mit meyers zusammen immer da macht sich gleich die musik wieder an ich hab auch das kann ruhen ich wollte gerade noch von der folge ist die finanzen immer die hat ja noch gar nicht so lange ich bin ich kann ja nicht mehr gegen den spiel ich bin vorangehostet wieso habe ich gleich wieder in den text hier wir sind legionen wir sind viele wenigstens hat er keine tanatophobie das sind die schlimmsten also ein ganz ehrlich wenn der mich anpickst da habe ich immer das gefühl schmeißt bis zur tomaten und flaschen die ganze spritze die schlimmsten legionen sind echt die mit mit uin und hier zartophobie auf was sollst du kett entschuldige ist es die legionen mit dem normale maske oder mit dem no vorne drauf ist es glaube ich ist das nicht egal ich meine wegen den comic die töter du bist leider nicht zu mir gekommen du feier war es ist ohne seine frau den mann keine ahnung beides hau ihr eine palette ins gesicht dann weißt du es die stadt sieht schon ein bisschen männlich aus aber irgendwie kommt physiativen der männliche hühnerbrüste das mit nun hohen was wichtig würde die essen ich bin hier die vorlesetante ok so offen durch ich bin mal kurz zwei minuten weg schon wieder ich schaue jetzt aktiv zu wahrscheinlich auf klo du darfst ein schädchen ich wollte nur wissen welches addon der hat wenn jetzt nämlich alle herzklopfen hat es ihr gerade herzklopfen ich wollte nur wissen welches addon der hat wenn jetzt nämlich alle herzklopfen der feld dann hätte er dann drauf gehabt beziehungsweise dann wüsste ich was er findet er dann drauf hat das dbd dbd hier kommt so schwer ist es auch nicht sich das zu merken ich möchte eigentlich von uns die sich damit auseinandersetzen das geschweSmall jetzt kommen wir nicht danach es ist ja das 900 Popeye ich habe sie nicht gesehen ich hab auch nicht ich hab dich echt nicht gesehen ist ja nur laut ich habe ja noch ich habe gehört da bin ich ja wollte ich ja noch abbiegen hört man ja nicht zehn meter ob ich habe ich habe also wäre ich schon nicht gesagt okay kein thema passiert aber ich habe blonde haare hallo ich hatte nur weiß vor der nase weißt du wie viel maiskolben ich jetzt das gesicht geklatscht gekriegt habe ich aussehe wie maiskolben nein aber ich bin durch mein meist ist auch gelb blond jetzt habe ich bock gekriegt meinst deswegen ist der dragon so wie es er kriegt immer die maiskolben auf dem kopf besser als euren körper als worten ich auch machen wollte es jetzt auch geplündert war jetzt was gutes drin wir haben ja schon halb 1 also würde ich mal sagen es gibt maiskolben auch als dildo und loder nachgeschrieben weil ich finde ich auch schon hier durcheinander bis immer zu gehen das nein garantiert nicht das ist immer noch nicht mal ein millimeter davor da ist keine ahnung ist du wer hängt ich mach den ausgang auf der ist hier gleich da ich bin gerade auf dem weg dahin wo ich lang gerade bin ich mache den den der da beim jan war auf wir müssten wissen ob denn jemanden drin den tod hat du bleibst hier ich mach den anderen ausgang auf die aufmachen nein nein weil ich habe jetzt in seiner nähe hier tierisch herz klopfen so mein ausgang ist offen versuchen zu holen jetzt kann ich jetzt kann ich es knicken ich wollte ihn holen ich hab den ausgang gerade extra nicht aufgemacht und ich wollte ihn doch dich holen du bist doch weggegangen weil er geht was ich lege ich lege ihn ab ich wollte ich habe nicht gesehen dass der ausgang so dass ich bei ihr war deswegen wollte ich dass jane ihren nicht auf damit der timer nicht los geht weil ich nicht weiß wie lange wir halt brauchen um zurückzukommen ich hatte eigentlich gedacht ich hole ihn macht den ausgang auf holen schnell aber dann wäre das mit ablenken weil es die einzige alternative ja also so wie wir es gemacht haben was jetzt gerade genau richtig ja ich wollte ihn jetzt ablenken damit du ihn abhängen konntest hat er geliehene zeit ist durch den schlag vorgerückt worden und ich bin dann hinterher geworden war genau richtig ja passt doch ja alles gut war gutes team work dann gibt es den sub mode sobald ich alles ausgefüllt habe bei twitch aber ja ich habe eigentlich auch mit der note schelle gerechnet aber sowas von das gibt es sobald ich alle sachen ausgefüllt habe betrifft hier also nie Papiere da ich habe mir das alles noch nicht richtig durchgelesen wirst du auch nie weil schon seit fast über ein halbes jahr jetzt schon könnte es könnte ich geil hab ich die pflege erwischt das schreib mich doch nicht so immerhin sind wir auch mal heute entkommen und äh noch eine halbe stunde und wir haben die zeit von letztes mal auch wieder drin und wir hatten jetzt ich will es nicht beschreien normalerweise jetzt schon um die zeit wo wir jetzt schon allgemein durch streamen äh haben wir das letzte mal schon internetausfälle gehabt bis jetzt noch nichts gott dank ich versuche der erste server zu sein ich drück dir die daumen ähm das letzte mal wo wir die ganze zeit gestreamt hatten hatten wir laufend internetausfälle in der zeit ja ah und die politische fahrstuhlmusik ja und ich poste jetzt poste ich will hier bei euch in den chat ach toll 08 hallo liebe herren und damen willkommen in der boutique dead by daylight ihr freundlicher reisebegleiter 42 40 ihr freundlicher reisebegleiter der clown wird sie gleich durchs geschäft führen vorher kriegen sie einen ballon gefüllte maden ob sie wohlriechend sind weiß ich noch nicht hallo die zahlen werden ja immer länger sinn der sache so 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 da kommen die ganzen kartoffelköpfe also her ein gottes lustig ach könnte die rettungsaktion bitte klippen das das glaub ich gerade dabei sie fragt ob man die rettungsaktion klippen könnte also muss ich gleich spiel schatz wie soll ich das machen kann man sich jemand die rettungsaktion klippen das wäre total nein vielen dank wer jetzt peinlich berührt die kunden sind eingetroffen bitte melden sie sich zum empfangen ihre auto stehen in der falschen zufahrt bitte kommen sie zum parkplatz oder ihre autos werden abgeschleppt sonst werden ihre auto stehen auf dem falschen parkplatz sonst werden sie abgeschleppt der fahrer des schwarzen schäferle mit dem kennzeichen schießt mich tot bitte an der informelle ich habe mich heute richtig weitergebild was autos betrifft ich habe gelernt bmw zu erkennen bmw ja die hat vorne so eine doppelniere müsste man darauf achten die doppelniere ja das heißt so weil das so das sind so nicht die kühler sondern halt neben dem abzeichen sind so zwar zwei dinger die heißen doppel und das haben halt nur bmw habe ich heute gelernt und die haben so ein hofmeister knick am fenster hinten das hat kein anderes also dass die heißen so weil das hat der hofmeister gemacht herzlichen glückwunsch danke sie haben jetzt sie haben jetzt ihren kfz-meister gemacht ich wusste dass man das hat mir meine mutter heute erklärt als wir beim tierschutzfestival waren daneben war nämlich schuppen 1 heißt das ist so eine ausstellung für alte autos meine mutter ist ja für für bmws zuständig für die riesigen sachen und daher weiß sie halt ganz genau wie die dinge aussehen ich weiß gerade meine tabletten weg wieder hier wir waren wir heute doch nur zweimal kann man nicht jemanden hätten viel an und rein schmeißen wir waren dass er sich das aus es ist so ein schlüssel das glaube ich es gibt ein ruin den wundert also ich muss jetzt mal ganz ehrlich gestehen die cola ohne zucker schmeckt da von diesen soesten echt besser als die normale hol ihn ja habe ich doch gesagt ich glaube ich wollte bestätigen was ist es ein blumenkohl was ein blumenkohl hexe in grün die hexe die brutanische hexe also die wird hier ihren spaß haben die hat bestimmt auch noch die anderen hexen hexen totems ich habe vorhin gesehen gehabt was geleuchtet hat wo direkt neben die sagt doch dass die nicht mehr bei der elf die verlassene kaputten haus die 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 hat ja ans was war überladen sie ist weg wir müssen zusehen dass wir die djents am main building kriegen ich schiel mich erst mal ich liebe dich ja das muss zumindest kannst du angezeigt blumenkohl könnte tüftler haben also sie hat auf jeden fall überladen die vier ruinen tot sind jetzt gerade kaputt gemacht worden 11 das war das was gemacht hat ich meine ich meine auch dass es zwei waren wenn sie jetzt tüftler hat dann dann kann sie kein dingstens mehr haben hat sie sonst nichts mehr also sie hatte ruin sie hatte noch ein anderes fluchttodschirm dann hat sie überladen ja eins kann sie dann noch haben wenn sie dann tüft ja wenn sie tüftler hat kann sie nichts anderes mehr haben gut aufgepasst sie ist bei mir nicht mehr oh gott hier sind alle drei gents sind hier wo sie ist ha 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 reingelegt oh mein gott blumenkohl ok laut ihrem flügelsohltag könnte es auch ein spitzkohl sein kommt doch nicht hier rein mädel ich bin unter mir her nein das ist halt nicht was sollst du gehen die harte ja tüftler was heißt denn das kommt wenn denn jane eine gewisse reichweite hat dann hat sie kurz keinen herz schlag So, weg hier. Ja, Jane. Ja. Ja. Sie macht voll, Nibu. Ich bin am nächsten Mal dran, also hol ich dir. Ja, ich heil die andere gerade. Ist sie hier noch irgendwo? Nö. Gut. Also wissen wir jetzt, die Äxte nimmt nicht nur die Fleischtheke, sondern auch die Gemüsetheke. Ah. Weißt du, sie ist so für einen Bioladen. So ein alter Tante-Emma-Laden. Oh, sie hatte doch keinen Tüftler. Nein, das ist äh... Ja, niemanden rennen tot. Niemanden rennen tot, genau. Das ist jetzt ein Problem. Lass mich. Lass mich. Geht. Ich auch so nicht vor. Also gerade ist sie hinter der anderen her. Ja, ich geh schon sehen. Äh, Jane holen. Sie lässt sie liegen. Nein. Sie moorigt sie. Ausgang, wo sie gemorigt wird, ist gleich offen. Okay. Ausgang ist offen. Scheiße. Scheiße. Ich werde sterben. Rinn raus. Ich muss raus. Nein. Sie kann nur ein von euch aufheben, der andere kann vielleicht rauskriechen. Ja. Ich opfer mich mal, wa? Nein. Ich bin rausgekochen. Heute bist du mal die genderfluide Schnecke. Daumen hoch. what? What? I'm sorry, kid. Uh. I'm sorry, kid. Ach, Maus! Sorry, kid! Einmal ein ganz dickes Lob an Kat, dass sie sich so geopfert hat. Da häng ich die Olle schon zweimal ab, weißt du? Ich meine, ihr könnt ja nicht dafür, wie sie sich entscheidet. Sie hätt auch Jaden nehmen können. Vielleicht hat sie auch schwarzes Fleisch. Sie hätt mich ihr so angeguckt. Ich glaub, sie hätt mich nicht gehen lassen irgendwie. Arme Kat, siehst du. Adol. Entschuldigung. Ich hätte doch ein Stückchen eh nichts machen können. Schurz, Schurz und so. Oh. Danke und du bringst sie dir. Und danke so viel für die schöne Musik. Schatz, du hast eine Einladung genommen und könntest du die wieder annehmen? Habe ich doch schon. Nein, ich sag dir, Schatz, könntest du bitte die... Du hast eine Einladung, könntest du die wieder annehmen? Äh. Wieso bin ich hier bei... Was? Da war irgendwie äh... Da war irgendwo bei einer Spie. Könntest du jetzt bitte beitreten? Habe ich doch bedrückt? Nein, hast du nicht. Einladung fehlgeschlagen? Ich glaube ich sie recht. Ich glaube ich sie recht. Bei uns stehst du hier? Hä? Bist du jetzt hier in der Lobby oder nicht? Ja, jetzt sehe ich euch. Das war jetzt ein bisschen komisch. Sonst hätten wir nämlich diesen Bug gehabt, den wir mit Jelen schon mal gehabt hätten. So, jetzt mal schlafen gehen. Wünsche euch noch einen guten Spielspaß. Äh, zusammen einen schönen Stream noch. Danke, Feli. Danke, schlaf gut. Hab noch einen schönen Abend. Schlaf gut. Schlaf gut. Und denkt daran, die Hände über der Decke lassen. Sagt der Richtige. Mhm. Damit wir in den Schlüppern schlafen. Was? Schatz, du musst noch bereit drücken. Keine Ahnung, die haben so seltsame Posen immer nachts drauf. Da sind keine mehr drin, Schatz. Ich nicht? Nein. Das war übrigens die Strafe dafür, dass du meine ganzen Frikadellen aufgebritten hast. Jetzt schreibst du Lephi 076 067. Ja, sorry. Kein Problem, du darfst so viel schreiben, wie du willst. Ach, 1-0. Ja, das ist der Shortcut von dem Wartelied. Irgendwie ist das Enter, obwohl das gar nicht Enter ist. Irgendwie schickt das nicht drauf. 0176. Das ist besser. Ich schau noch ein bisschen zu. Mach das. Mach das. Kannst ja dann beim nächsten Mal mitmachen. Blumenkohl, bitte so Theke. Das Gemüse ist wieder aufschwätzend. Wir suchen immer viele Leute. Wir selbst sind nämlich nicht fähig. Piep. Ja, ich bin genauso unfähig wie hier. Ich bin nicht besser und schlechter. Ich bin nicht besser und schlechter. Ich bin nicht besser und schlechter. Jane schreibt. Hallo. Mal hatte Macchiato. Klappe. Klappe. Du bist Sefi, wie ein Kind. Brumsel, Brumsel. Was? Weißt du, wie sie macht? So macht sie. Badum. Nein, Sefi macht jetzt Brumsel, Brumsel. Sefi macht Brumsel, Brumsel. Brumsel, Brumsel. Oh, nicht warm. Brumsel, Brumsel. Ja, Sefi ist halt eine schöne Rundefarbe. Und dann muss sie Brumsel. Und dann muss sie Brumsel. Und dann kommt die Jane an und sagt, guck mal, ich bin eine Mühmchen. Du musst Brumsel machen. Ja, ich mache Brumsel. Wenn wir jetzt mal einen Nurse hatten, wir hatten noch keine einzige Nurse. Ich bin richtig enttäuscht. Da sag ich ja auch schon. Wir hatten heute noch gar keine. Ja, ein Clown hatten wir auch noch nicht. Ja, ist auch gut so. Ich will nur die Nurse. Na, ich auch. Du bist im Meier schon gegangen. Ist ja nicht so, dass ich ihn wollte. Hallo? Der kam ja von alleine. Wir wissen jetzt, ob er es gibt. Der kam doch von alleine. Oh, ich starte direkt am Ausgang. Also, wissen wir bescheiden. Ciao. 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 Wenn du schon unterwegs bringst, kannst du einmal Zigaretten mitbringen. Ein... Unterwegsbring. Ja, den kauf ich dann. Ein Kaffee. Ein Kaffee. Für mich ist bitte ein Kaffee. Ein Kaffee. Und für dich Sefi. Ein Monster Rehab. Du gehst heute noch nie. Ne Nurse. Bring mir ne Nurse hier her. Bring mir ne Nurse. Oh, ähm. Mir egal, wie gut sie ist. Oh, oh, oh! Huber, Huber, Huber! ัger Face! Oh, oh! Woah! What's is it? What's is it? Ah! Geh weg von mir! Stirb woanders! oh mein gott ich mich direkt Alter, der war ja instant wow stirbt doch alles, Mensch wie wärst du denn, wie ich vorheiz? oh, hat sie erledigt denk an BBQ oh, BBQ, oh my god, BBQ spät nee ja, instant zu Jane weeeee oh mein gott ey, der hat mich eiskalt gerade einfach weggeschnitzelt oh, ich muss immer merken gelber, gelber Kino oh mein gott Didi, bist du sicher, dass du nicht mitmachen willst? wir brauchen nur Leute oh gott, jetzt bin ich dran oh, ich kann mal so beschissen spawnen das kannst du kein erzählen ich werde bestimmt nicht anhalten was habt ihr denn? ich bin in den Korn also schwer war das jetzt auch nicht ey, der kam um die Ecke ich wollte um die Ecke ich wollte nicht, der kommt gleich zu euch hm? ah Mr. Black und Decker weg mean wenn ich schon mal hier bin wenn ich schon mal hier bin wenn ich schon mal hier bin ach scheiße BBQ er hat sie doch gesagt vorhin ja, daran merken wie kann man sich nicht merken, dass man bei den Huber immer in den Schrank geht, weil die mit BBQ kommen ja, sorry, ich hatte gar keinen Schrank in der Nähe ich mein, ich weiß echt doof und hab keine Schränke in der Nähe ja, toll, jetzt hab ich ihn gleich jetzt, ich lieb mich verletzt, hab ihn gleich wieder am Arsch oh, toll, das wird eine superunde hi voll genervt schon alter sollte es kommen, brace yourself ja, eigentlich neben dem Generator, jetzt mach dich weg mit deinem komischen Ledergesicht alter Nax alter Nax alter Nax alter Nax immer merken, hoppa, gleich BBQ jetzt ist mir der Appetit erstmal auf Chili für die nächsten 10 Jahre vergangen ach schön, Ruin gibt's auch noch auch noch aufgezerrte Hoffnung gibt's auch noch yeah oh willkommen zum Metzelfest ja ähm, jetzt wissen wir wenigstens wer für die Hexe das Fleisch beschafft er ist Mitzger warum soll ich rennen ähm, du solltest rennen, weil Cat gesagt hat, wir suchen fähige Mitspieler du siehst ja was passiert und mein Finger schläft eigentlich mit tot das wollte ich gerade holen naja gut, dann bleibt jetzt das Tore wenig zerspart geil und nu das war ne Koffe, ne ich hol mal Koffe, ne ich hol mal Koffe ich hol mal Koffe einmal Bubba mit allen bitte ja du gesagt ich hätte gleich zum zum Ausgang gehen sollen ja vielleicht auch noch scharf machen ach da ist er ja schon ach hoppa weißt du was dann leg nicht dann leg nicht was macht den jetzt leg nicht ich suche mir jetzt einen schönen Haken da kannst du mich dann aufhängen ja, ist das ein Deal guck mal, da ist einer hier nimm den genau, perfekt leg mich da gleich hin wir haben noch dezent seinen Hammer abschüttelt das war jetzt ne sehr schnelle Runde ja ey, ich wollte gerade um die Ecke crouchen auf einmal stand der schon da merken wir das nicht an mir fällt da zu uns nicht sein die Ehe rett da rum der stirbt woanders wo soll ich denn du lachst zuerst ja, aber wo soll ich denn ne bitte das ist direkt zu mir geführt ja, das Wort ist doch angefangen du hast so weitergespielt ich wieder alleine ne, nein was ohne mir was ohne mir aber zieh mein Händen hat kaum weil wir heute einfach Schluss machen ich glaube das ist einfach auch schon okay, wir haben auch gleich schon 1 Uhr eben also ich mach noch ne Runde nur eine Runde ja, wir brauchen noch unsere gute wir bräuchten eigentlich noch unsere gute nachtrunde eben ohne die, die kann jeder von uns ja eh nicht pennen genau und weine ich mich nur wieder in den Schlaf nooo ooo es kommt sie nicht ich kenn sie fest nein du weißt wo nein nein, sehr viel besteht jetzt auch ihre gute nachtrunde ja und wenn ich die nicht kriege dann rede ich nie wieder mit euch was viel Erfolg ich höchst du gar nicht aus jawohl willst du es drauf anlegen nein was auch, vielleicht kommt noch eine Ekeltorte da um die noch die Spitze aufzusetzen ich habe noch welche ich habe nichts gesagt es spielt mit mir sonst schmeiß ich eine Ekeltorte rein jetzt schmeiß ich auch eine rein habe ich eine? ich schmeiß jetzt eine rein sorry, mein Handy ist leer gewesen auch kein Problem du hast nichts verpasst nur ne Sterberunde die hat gar nicht stattgefunden das war ne Einbildung das war echt geil das war jetzt gerade eine kollektive Einbildung das haben wir uns alle eingebildet das war ein Traum ich habe noch keine Ekeltorte aber naja ich habe einen Kuchen der Flucht Ego ist aber ne, die wollte ich da aufheben KIT Nuki ja, das war GG ich wünschte es gebe in den Chat dann hätte ich geschrieben easy GG Moment mal, ich habe ja Strode Immobilienschlüssel habe ich Strode Immobilienschlüssel ja, das ist das das ist die Händpiltreppe das ist die? ja hab ich rein nice sicher, guck lieber nochmal nach dass da wenn die Kette Kette will, dass ich nachgucke sicher ist sicher ja Strode Immobilienschlüssel ja, weil ich die Torte gerade noch drin hatte habe ich sie halt rausgenommen und habe den Schlüssel reingeworfen nice ja, wir waren gerade in der Runde und da nein, waren wir nicht wir waren in der Runde und da waren wir auch nicht nein, waren wir nicht wo Cynthia da war waren wir gerade in der Runde glaubt mich auch ach so, ja da waren wir in der Runde gut ah ne, die Kette ist ja dran klar nein wir fangen doch erst an zu spielen ich bin doch gerade gestorben ist mir egal ich hab heute geduchten und Weng hat die auch gegrüßt ja hab ich ja, ich saß direkt daneben und ich hab von hinten auch gesagt hi Yuki naja und er hat zu dir gesagt hi Cynthia also wir versuchen ja die ich sterbe Challenge und naja, es läuft gerade nicht so geil ach komm hui ich versuche erneut die 48 stunden Challenge wach zu bleiben oder was? viel Spaß äh lododon, willst du 84 stunden wach bleib 48 stunden wach bleiben oder was? mhm naja, hoffentlich klappt das besser als unsere Ziegel Challenge ach komm es gibt Tage halt ja, ich, ich möchte die Nurse haben das wär so toll ich möchte die Nurse haben mir ist ganz egal was das für ein das kann von wochen Rang 1 an Nurse sein ich nehm's mit jeder auf direkt alle Mittel gegen mich aufgewandt vor mir ist kann's auch ne Sklagerin sein hauptsache ne Nurse ach komm Kepi ach komm Kepi, es gibt manchmal ich tipp, äh DDM ich tipp jetzt auf ne Nurse als Killer ich will da dann klar vielleicht, wenn wir gemeinsam fest genug dran glauben dann wird das vielleicht Wirklichkeit ich drücke an meine, ich drücke die Finger alles was ich habe die Daumen etc. pp. ja ne den brauch ich noch wollte schon sagen bitte nicht alles drücken was da hat ähm ne es gibt halt einfach so Tage, da spielt man einfach eh wie ne also es gibt so manche Tage ähm was Kettich war doch sauer als du mich neulich gemutet hast äh gemutet dafür kann ich nichts wenn du mir sagst Schnucki mute mich mal damit ich ins Bett komme dafür kann ich nichts versuch meinem Vater zu überzeugen dass ich das kann ja war gut ok normalerweise wenn ich in der Nacht nicht schlafe bin ich am nächsten Tag tot dafür kann ich dann nichts yay von mir kommen nur die Schlüsse Schnucki von mir kommt die ekel Torte ich habe nie gesagt oh also wir vielleicht mit jemandem verwechseln Moment nein ich weiß ja ganz genau dass sie geschrieben hat ähm kannst du mich bitte muten damit ich nicht wieder online komme damit ich jetzt schlafen gehe und dann habe ich die mutet ist das nicht Haarspalterei können wir uns das nicht einfach alle vergessen und einfach wieder nett zu sein ja 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 Moment mal äh Moment mal äh Moment mal stammt deine Worte nicht sehr viel dbd ist da um zu sterben wie sieht das dann aus wenn wir erstmal wieder Blutpunkte farben wenn wir farben ist das egal wir wissen doch ich lasse nicht alle vier Punkte über die Klippe springen wow dann nimmst ja wieder dein Farming eine die immer lüge ne ist sowieso immer die hochnäsigste von uns allen hier ne sevi was ich lüge gar nicht immer diese hochnäsige lüge ich sag immer es ist 100% die Wahrheit die hat mich erst ganz gesperrt nein bei mir stand die mutet die bequemer ist aber naja er will schon unbequeme Wahrheit lieber eine bequeme lieber eine unbequeme Wahrheit ich lass dich einfach verklickt wer weiß ich wollte alles nein da stand Newton ok was ist daten ddm äh ddm sag ich schon äh lodon Spaghetti Spaghetti Maschine Schatz spielen ah sweet home sweet home eigentlich bin ich ja in der Irma ich mag es ja auch sehr gerne ich mag es ja auch sehr gerne ich hab immer rechtskett nein nein ey wir sind alle in kum also äh ja ich hab ein Schlüssel umsonst verballert die gute Nachfunde ist gelungen ok wollen wir versuchen bei äh BB Challenge zu machen gegeneinander inwiefern was für ein Challenge es war ein Ghostface auf den kann ich auch gern verzichten ähm ja wir jetzt haben wir Schlüssel umsonst geopfert ja ich hab meine Torte reingeschmissen was ist wohl seltener dein komischer Schlüssel oder meine Torte hm beides bei gut eigentlich war das ziemlich doof am Killer wegen doppelt Blutpunkte ja ja muss man nur sagen was für eine Challenge wir machen jetzt die VIP Challenge kennt ihr jemand? wahrscheinlich nicht boah ähm kennt ihr Ellen die generous? nö sagt mir nichts wer zuerst durchspielt gute Idee wir machen eine BB Challenge bei dbd wer zuerst durchspielt hat gewonnen bei dbd alle Charakter auf Prestige 3 ne 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 ist da ist mein letzter aber ich wollte doch noch was hat ghostface gekillt und übernimmt die nächste runde können wir gern machen nein von dem standpunkt wo ich jetzt da bin da gibt es ganz viele die sich mögen entweder liebt man es oder man hat es gibt kein dazwischen ich wünsche dir noch einen schönen abend aber schön dass du da warst wir können es ja dann in eine playstation party dann höchstens machen was wollte ich werde erst morgen wird regulär gestreamt ja bei mir ist dbd nur ein hochteil besser als fortnite und fx fortnite und fx sind für mich müll ja ich nehme deine meinung ne ja aber ich sage jetzt mal wenn du es nicht magst dann guckst du nicht ganz einfach also ich meine jetzt hier fortnite ich bin nicht so der battle royale fan dbd damit haben wir ja weihnachten letztes jahr wird damit angefangen auf playstation ja oktober oktober war es also habe ich zumindest angefangen oktober und november und wir haben dann zusammen in dezember angefangen meinungsfreiheit genau meinungsfreiheit für alle du kannst es ja wenigstens besser auf playstation spielen als auf pc ist mir aufgefallen geht so du kannst ja nach nordkorea vorschwimmen wir kommen danach wenn das wetter besser ist ich bleib hier ich muss meine kürzen nein nein wir haben einfach spaß aber ich kann jetzt echt nichts dafür dass der hober direkt um die ecke geschossen kam ach guck mal so jetzt muss ich mich wieder leider auf dem spielkonzept macht wie die vorlese ja ich starte direkt beim generator ist das nicht schön es gibt wo ihn ihr müsst erstmal den guten alten kins vorbeiten das ist ein kim nach wem wo er ach so dem hier wohnt oder kins jung er wohnt anders popo oh der steht da wieder was ja hier steht da ja ja er ist klein aber er läuft jetzt ich hab ne äh schlafgeberschaft da sicher oha in nordkorea ja dann fisch oh lass mich durch gerne wieso schon wieder der wieso schon wieder der hober ich hab meine roten haare bringen pech und alle ja das ist es james haare bringen unglück nicht eine doppelte portion ne keine ahnung wieso denk ich jetzt gar mal ein pp da gestimmt keine ahnung wieso denk ich erst einmal ein pp da gestimmt du weißt du du bist so gefällsamme gedanken wieso schon wieder ein hober die gartenabteilung hat heute geschlossen ist das immer so wenn wir haben dann haben wir gleich drei viermal hintereinander immer so war ich glaube ich habe ich drei vier folgen wo wir nur haben morgen morgen um 20 21 uhr 20 21 der ist so wie der ist so wie herpes die krieg sind die krieg so scheiße weg ja das ist eigentlich der beste vergleich die schönklammer haben wir sind noch leicht müde minimal er ist da die ganze zeit ich hab's gerade versucht aber der patrulliert die ganze zeit rum ich geh kekse machen Kekse 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 Tatsächlich sitz ich hier halt irgendwie eine Forelle Peter, ich hab ein 1m hoch, ein 50m großer Tellybär den mir eben als Rückenstützer und liegt hier echt bei Cortefrère So kriegen doch Lilly Er kommt zurück Ähm, wir haben jetzt nur so äh mindestens, zweimal hintereinander wir haben so oft hintereinander das kann ich hätte die nörd gerne auch erst hintereinander er macht das wenigsten spaß hatten die letzten stream nur einmal noch ist aber ihr ich wollte auch ganz so ist aber ich krieg ja zwei langsam herz ja er ist bei uns da ist in dem Meer wir können den richtigen straße fertig gemacht wenn ich mich dann so ein scheiß pixel auf ich krieg die numm 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 so gab es damals mit ihren horrorfilm wieso bist du noch kultur geworden sein wir doch mal ehrlich so gut war der Film nicht ich habe den einmal gesehen aber die relative neu verfilmung ist er noch bei dir ich habe mein herz klopfen leicht doch der steht da ganz hinten jetzt kommt er wieder zu mir rüber dann bist du an einem gen keiner von euch ist an einem gen jetzt schon und der ist hier bei mir noch solange er mich bekämpft könntet ihr lieber jens machen der so top sich um mich herum aus er geht er geht er geht er geht er geht er jetzt rieb und her er geht er er hat den so einen speedrock wie der andere hülle belief er geht er ich bin ein bisschen spät ich bin ein bisschen spät alles gut dann ist alles gut alles gut alles gut du machst den gen weiter also im stroathaus ist noch einer im keller also hier im kleinen hüttchen müsste noch einer sein und er kommt er kommt das war ruin er ist wieder da ich habe ihn wieder nackten Grenzen das war was er fliegt Ich mag den Kerl nicht. Nice. Den hatten wir heute, in diesem Stream hatten wir Huber überwiegend. 3, 4, 5 mal? Oder noch öfter? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaub wir hatten den öfter als 5 mal. Ja. Jane geht zum Ausgang. Oh, die sind aber schön weit auseinander. Ein bisschen besser als sonst. Ich bin bei dem großen Gelben. Er kommt zu dir, oder? Ja. Scheiße. Das ist okay. Das ist okay. Was ist denn? Was ist denn? Hoi. Scheiße. Nee. Der liegt. Äh. Mein Raffaello. Nee. Mein Moncheri. Tschüss. Was? Es war nur schön, die noch einmal zu sehen. Naja. Zumindest hat es jetzt bei dir. Mein Moncheri. Was soll ich denn ohne mich machen? Was? Lebt das Leben weit. Okay, ich will nicht. Ich werd an dich denken. Ich werd dich in meinem Herz tragen. Kann man hier in den Chat mal ne Runde Taschentücher reinschmeißen? Kann man hier in den Chat mal ne Runde Taschentücher reinschmeißen? Gibt es hier so ein Emot? Nö. Ich glaub nicht. Schade. Gigi. Wie sag ich so schön? Easy, Gigi. Easy, Gigi. Ich hab meine große Klappe. Dafür kann ich das Pasta reinschmeißen. WTF. WTF. Ja, statt Taschentücher gibt es Pasta. Ja. Also für mich war es ja die easy Runde. Haben sich ja die anderen für mich geopfert. Ja. Boi, Joey. Aber die Befreiungsaktion heute war gut. Ja. Ich werd auch nicht denken. Nählich freut sie sich ja. Ja, hallo mein aces Punkte hungrig. Der ist ja noch 23. Der muss noch ordentlich Punkte schlucken. Für Farming oder was? Nein, äh, für die Perks. Oh, die ist aber echt nicht. Ich hab alle Leber anhaben. Ah. Ja. Ja, wie sieht's aus mit euch? Also von mir aus können wir Schluss machen. Ja, weil wir haben jetzt schon... Also ich hatte ja eine gute Nachtrunde. Ja, das ist die Hauptsache. Aber ich fand's lustig heute wieder. Ja, wir haben vielleicht ein bisschen übertrieben. War trotzdem lustig heute. Ja, war gut. War gut. Vor allem mit dir und dein Morcherie. Ja. Mit der Perman. Raffaello, Morcherie. Was war das andere nochmal? Es gibt nur uns zwei. Ja. 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 Zwischen uns ist kein Pflätsel der dritter. Die Mozartkugel. Moment, was ist mit mir? Auch was vielleicht für Angel? Da ist immer Platz für. Was ist mit mir? Ich hab's schon verstanden. Ich hab's schon verstanden. Erst muss ich mir nochmal überlegen. Was? Boah. Sie haben ja nicht mehr lieb. Auf eine eigene, ganz spezielle Art und Weise. Ist eine spezielle Liebe, weißt du. Ja. Kriegt nicht jeder. Boah. Ist, ist, ist äh, limitiert. Ja. So, dann hüpfel ich schon mal in den Endscreen. Mit der schönen DPD Musik. Sound. Na, nix ist salzig. War ein lustiger Stream. Wir hatten unseren Spaß. Wir haben viel gelacht. Wir wissen jetzt alle, was die DPD Killer machen beruflich. Sorry, was? Sorry nochmal, dass ich heute nicht helfen konnte. Ich bin, äh, wegen Mittelaltermarkt etwas hinüber. Du kannst, du kannst aber am nächsten Mal mitmachen. In zwei Wochen streamen wir wieder DPD. In zwei Wochen geht's weiter. Ja. Wobei, bevor ich jetzt die große Versprechen mache, bin ich dann da. Ja, dann bin ich da. Gut. Bis morgen. Ja, Lodo. Bis morgen. Also wie gesagt, 8 Uhr oder 9 Uhr starte ich. Ähm. Ja. Ist dann ein regulärer, normaler Stream. Ähm. Das ist dann der... Wie viel ist dann der nächste DPD Stream? Mal eben gucken. Zwei Wochen. Das ist... Am 15. Ne? Am 14. 14? Ah ja, stimmt. Danke, dass ihr alle dabei wart. War mir wie immer eine Freude. Hat Spaß gemacht. Wie immer. Und ich sag jetzt einfach mal schon mal sporadisch bis morgen. Gute Nacht, Leute. Schlaft gut. War schön, dass wir jetzt auch... Der 14. ist notiert. Alles klar. Nacht. Tschöö. Bis zum nächsten Mal.